Das zweite Buch Samuel Nach dem Tode Sauls, als David aus der Schlacht mit den Amalekitern zurückgekommen und zwei Tage in Ziklag geblieben war, siehe, da kam am dritten Tage ein Mann aus dem Heer von Saul mit zerrissenen Kleidern und mit Erde auf seinem Haupt. Und als er zu David kam, fiel er nieder zur Erde und huldigte ihm. David aber sprach zu ihm, »Wo kommst du her?« Er sprach zu ihm, »Aus dem Heer Israels bin ich entronnen.« David sprach zu ihm, »Sage mir, wie steht es?« Er sprach, »Das Volk ist geflohen aus der Schlacht, und es sind viele vom Volk gefallen. Dazu ist auch Saul tot und sein Sohn Jonathan.« David sprach zu dem jungen Mann, der ihm das sagte, »Woher weißt du, dass Saul und sein Sohn Jonathan tot sind?« Der junge Mann, der ihm das sagte, sprach, »Ich kam von ungefähr aufs Gebirge Gilboa, und siehe, Saul lehnte sich auf seinen Spieß, und die Wagen mit ihren Kämpfern waren hart an ihm. Und er wandte sich um und sah mich und rief mich, und ich sprach, »Hier bin ich.« Und er sprach zu mir, »Wer bist du?« Ich sprach zu ihm, »Ich bin ein Amalekiter.« Und er sprach zu mir, »Tritt herzu und töte mich, denn mir wird schwarz vor den Augen, aber mein Leben ist noch ganz in mir.« Da trat ich zu ihm und tötete ihn, denn ich wußte, dass er nicht leben könnte nach seinem Fall, und ich nahm die Krone von seinem Haupt und das Armgeschmeide von seinem Arm und habe es hergebracht zu dir, meinem Herrn. Da fasste David seine Kleider und zerriss sie, und ebenso taten alle Männer, die bei ihm waren, und sie hielten Totenklage und weinten und fasteten bis zum Abend um Saul und seinen Sohn Jonathan und um das Volk des Herrn und um das Haus Israel, weil sie durchs Schwert gefallen waren. Und David sprach zu dem jungen Mann, der ihm das angesagt hatte, »Wo bist du her?« Er sprach, »Ich bin der Sohn eines Fremdlings, eines Amalekiters.« David sprach zu ihm, »Wie, du hast dich nicht gefürchtet, deine Hand zu erheben gegen den Gesalbten des Herrn, um ihn zu töten?« Und David rief einen seiner Leute und sprach, »Komm her und schlag ihn nieder.« Und er schlug ihn nieder, dass er starb. Und David sprach zu ihm, »Dein Blut komme auf dein Haupt, denn dein Mund hat gegen dich selbst geredet, als du sagtest, ich habe den Gesalbten des Herrn getötet.« Und David sang dies Klagelied über Saul und Jonathan, seinen Sohn, und befahl, man solle die Kinder Judah das Bogenlied lehren. Siehe, es steht geschrieben im Buch des Redlichen, »Die Edelsten in Israel sind auf deinen Höhen erschlagen.« Wie sind die Helden gefallen? Sagt's nicht an in Gath, verkündet's nicht auf den Gassen in Ascalon, daß sich nicht freuen die Töchter der Philister, daß nicht frohlocken die Töchter der Unbeschnittenen. Ihr Berge von Gilboa, es soll weder tauen noch regnen auf euch, ihr trügerischen Gefilde, denn daselbst ist der Heldenschild verworfen, das Schild Sauls, als sei er nicht gesalbt mit Öl. Der Bogen Jonathans hat nie gefehlt, und das Schwert Sauls ist nie leer zurückgekommen von dem Blut der Erschlagenen und vom Mark der Helden. Saul und Jonathan, geliebt und einander zugetan, im Leben und im Tod nicht geschieden, schneller waren sie als die Adler und stärker als die Löwen. Ihr Töchter Israels, weinet über Saul, der euch kleidete mit kostwarem Purpur und euch schmückte mit goldenen Kleidenoden an euren Kleidern. Wie sind die Helden gefallen im Streit! Jonathan ist auf deinen Höhen erschlagen. Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan, ich habe große Freude und Wonne an dir gehabt. Deine Liebe ist mir wundersamer gewesen, als Frauenliebe ist. Wie sind die Helden gefallen und die Streitbaren umgekommen! Zweiter Samuel, das zweite Kapitel Bald danach befragte David den Herrn und sprach, soll ich hinauf in eine der Städte Judas ziehen? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf. David sprach, wohin? Er sprach, nach Hebron. So zog David dorthin mit seinen beiden Frauen, Ahinoam, der Jesreeliterin, und mit Abigail, der Frau Nabals, des Karmeliters. Auch die Männer, die bei ihm waren, führte David hinauf, einen jeden mit seinem Hause, und sie wohnten in den Städten von Hebron. Und die Männer Judas kamen und salbten dort David zum König über das Haus Judah. Und als David angesagt wurde, daß die Männer von Jabesh in Gilead Saul begraben hatten, sandte er Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, Gesegnet seid ihr vom Herrn, weil ihr solche Barmherzigkeit an Saul, eurem Herrn, getan und ihn begraben habt. So tue nun der Herr an euch Barmherzigkeit und Treue, und auch ich will euch Gutes tun, weil ihr das getan habt. Seid nun getrost den Mutes und wackere Männer, denn Saul, euer Herr, ist tot, und mich hat das Haus Judah über sich zum König gesalbt. Abner aber, der Sohn Ners, der Sauls Feldhauptmann war, nahm Isch-Boscheth, Sauls Sohn, und führte ihn nach Mahananim, und machte ihn zum König über Gilead, Aser, Jezreel, Ephraim, Benjamin und über ganz Israel. Und Isch-Boscheth, Sauls Sohn, war vierzig Jahre alt, als er König wurde über Israel, und regierte zwei Jahre. Doch das Haus Judah hielt es mit David. Die Zeit aber, die David König war zu Hebron über das Haus Judah, war sieben Jahre und sechs Monate. Und Abner, der Sohn Ners, zog aus mit den Männern Isch-Boscheths, des Sohnes Sauls, von Mahanaim nach Gibeon, und Joab, der Sohn des Zeruja, zog aus mit den Männern Davids. Und sie stießen aufeinander am Teich von Gibeon und lagerten sich, die einen auf dieser Seite des Teiches, die anderen auf jener. Und Abner sprach zu Joab, »Lass die jungen Männer sich aufmachen zum Kampfspiel vor uns.« Joab sprach, »Es sei.« Da machten sich auf und gingen hin zwölf, an der Zahl aus Benjamin, auf der Seite Isch-Boscheths, des Sohnes Sauls, und zwölf von den Männern Davids. Und ein jeder ergriff den anderen bei dem Kopf und stieß ihm sein Schwert in die Seite, und sie fielen miteinander. Daher wird der Ort Helkat-Hazurim genannt. Er liegt bei Gibeon. Und es erhob sich ein sehr harter Kampf an diesen Tage. Abner aber und die Männer von Israel wurden geschlagen von den Männern Davids. Es waren aber die drei Söhne der Zeruja dabei, Joab, Abisai und Asahel. Asahel aber war schnellfüßig wie ein Reh auf dem Felde und jagte Abner nach und wich nicht von ihm, weder zur rechten noch zur linken. Da wandte sich Abner um und sprach, »Bist du es, Asahel?« Er sprach, »Ja.« Abner sprach zu ihm, »Wende dich zur rechten oder zur linken und mach dich an einen der Männer heran und nimm ihm seine Waffen.« Aber Asahel wollte nicht von ihm ablassen. Da sprach Abner noch einmal zu Asahel, »Lass ab von mir! Warum willst du, daß ich dich zu Boden schlage? Wie dürfte ich dann mein Antlitz aufheben vor deinem Bruder Joab?« Aber er weigerte sich, von ihm abzulassen. Da stieß ihn Abner mit dem Schaft des Spießes in den Leib, so daß der Spieß hinten herauskam. Und er fiel hin und starb an eben der Stelle. Und wer an die Stelle kam, wo Asahel tot lag, der blieb stehen. Aber Joab und Abizai jagten Abner nach, bis die Sonne unterging. Und als sie auf den Hügel Amar kamen, der vor Giach liegt auf dem Wege zur Steppe von Geber, versammelten sich die Benjaminiter um Abner und bildeten eine Schar und traten oben auf den Hügel. Und Abner rief Joab zu und sprach, »Soll denn das Schwert ohne Ende fressen? Weißt du nicht, daß daraus am Ende nur Jammer kommen wird? Wie lange willst du dem Volk nicht sagen, daß es ablassen soll von seinen Brüdern?« Joab sprach, »So wahre Gott lebt! Wenn du das eher gesagt hättest, so hätte schon heute Morgen jeder im Volk von seinem Bruder abgelassen. Und Joab ließ die Posaune blasen, und das ganze Volk stand still und jagte Israel nicht mehr nach und kämpfte auch nicht weiter. Abner aber und seine Männer gingen die ganze Nacht durchs Jordantal und gingen über den Jordan und zogen durchs ganze Bitron, bis sie nach Mahanayim kamen. Joab aber wandte sich von Abner ab und sammelte das ganze Volk, und es fehlten von den Männern Davids neunzehn Mann und Asahel. Aber die Männer Davids hatten von Benjamin und den Männern Abners dreihundertundsechzig Mann erschlagen. Und sie hoben Asahel auf und begruben ihn in seines Vaters Grab in Bethlehem. Und Joab und seine Männer zogen weiter die ganze Nacht, bis ihnen das Tageslicht anbrach in Hebron. 2. Samuel, das dritte Kapitel Und es war ein langer Kampf zwischen dem Hause Sauls und dem Hause Davids. David aber nahm immer mehr zu an Macht, und das Haus Sauls nahm immer mehr ab. Und es wurden David Söhne geboren zu Hebron. Sein erstgeborener Sohn war Amnon, von Ohinauam, der Jesreeliterin. Der zweite, Kilab, von Abigail, der Frau des Karmeliters Nabel. Der dritte, Absalom, der Sohn der Macha, der Tochter Talmais, des Königs von Geschur. Der vierte, Adonia, der Sohn der Hagid. Der fünfte, Shephatia, der Sohn der Abital. Der sechste, Yitream, von Egla, der Frau Davids. Diese wurden David geboren zu Hebron. Solange der Kampf wehrte zwischen dem Hause Sauls und dem Hause Davids, stärkte Abner das Haus Sauls. Und Saul hatte eine Nebenfrau, die hieß Ritzba, eine Tochter Ayas. Und Isch-Boschet sprach zu Abner, »Warum bist du zu meines Vaters Nebenfrau eingegangen?« Da wurde Abner sehr zornig über die Worte Isch-Boschets und sprach, »Bin ich denn ein Hundskopf aus Juda?« Heute erweise ich mich freundlich dem Hause Sauls, deines Vaters, und seinen Brüdern und Freunden, und habe dich nicht in Davids Hände gegeben, und du rechnest mir heute eine Schuld an wegen eines Weibes? Gott tue Abner dies und das, wenn ich nicht tue, wie der Herr dem David geschworen hat, daß das Königtum vom Hause Sauls genommen und der Thron Davids aufgerichtet werde über Israel und Juda von Dan bis Beersheba. Da konnte er Abner kein Wort mehr antworten, so fürchtete er sich vor ihm. Und Abner sandte Boten für sich zu David und ließ ihm sagen, »Wem gehört das Land? Schließe du einen Bund mit mir. Siehe, meine Hand soll mit dir sein, daß ich dir ganz Israel zuführe.« David sprach, »Gut, ich will einen Bund mit dir schließen, aber eins fordere ich von dir. Du sollst mein Angesicht nicht sehen, es sei denn, du bringst Michael, Sauls Tochter, zu mir, wenn du kommst, mein Angesicht zu sehen.« Auch sandte David Boten zu Ischboschit, dem Sohn Sauls, und ließ ihm sagen, »Gib mir meine Frau Michael, die ich mir gewonnen habe, mit hundert Vorhäuten der Philister.« Ischboschit sandte hin und ließ sie wegnehmen ihrem Mann Paltiel, dem Sohn des Laish. Und ihr Mann ging mit ihr und weinte hinter ihr her bis Bahurim. Da sprach Abner zu ihm, »Kehre um und gehe heim.« Und er kehrte um. Und Abner besprach sich mit den Ältesten in Israel und sprach, »Ihr habt schon längst danach verlangt, daß David König über euch sei. So tut's nun, denn der Herr hat von David gesagt, »Durch die Hand meines Knechtes David will ich mein Volk Israel erretten aus der Hand der Philister und aller seiner Feinde.« Das tat Abner auch Benjamin kund und ging dann hin, um auch David in Hebron alles kundzutun, was Israel und das ganze Haus Benjamin für gut hielten. Als nun Abner nach Hebron zu David kam und mit ihm zwanzig Mann, machte ihnen David einmal. Und Abner sprach zu David, »Ich will mich aufmachen und hingehen, um ganz Israel zu meinem Herrn, den König, zu sammeln, damit sie einen Bund mit dir schließen, auf daß du König seist, wie es dein Herz begehrt.« Dann entließ David den Abner, so daß er hinging mit Frieden. Und siehe, die Männer Davids und Joab kamen von einem Streifzug zurück und brachten eine große Beute mit. Abner aber war nicht mehr bei David in Hebron, sondern er hatte ihn entlassen, so daß er mit Frieden weggegangen war. Als aber Joab und das ganze Heer mit ihm kam, wurde ihm angesagt, daß Abner, der Sohn Ners, zum König gekommen sei, und er habe ihn entlassen, so daß er mit Frieden weggegangen war. Da ging Joab zum König hinein und sprach, »Was hast du getan? Siehe, Abner ist zu dir gekommen, warum hast du ihn fortgelassen, daß er weggegangen ist? Kennst du Abner, den Sohn Ners, nicht? Er ist gekommen, dich zu überlisten, daß er erkunde dein Kommen und Gehen und alles erfahre, was du tust.« Und als Joab von David wegging, sandte er Abner Bote nach, um ihn zurückzuholen von Bor-Hasirah. Aber David wußte nichts davon. Als nun Abner nach Hebron zurückkam, führte ihn Joab im Tor beiseite, um heimlich mit ihm zu reden, und stach ihn dort in den Leib, daß er starb, um des Blutes seines Bruders Asahil willen. Als David das hernach erfuhr, sprach er, »Ich und mein Königtum sind unschuldig vor dem Herrn ewiglich an dem Blut Abners, des Sohnes Ners. Es falle aber auf den Kopf Joabs und auf das ganze Haus seines Vaters, und es soll nicht aufhören im Hause Joabs, daß einer Eiterfluss und Aussatz habe oder am Stabe gehe oder durchs Schwert falle oder an Brot Mangel habe.« Joab und sein Bruder Abisai hatten Abner nach dem Leben getrachtet, weil er ihren Bruder Asahil im Kampf bei Gibeon getötet hatte. David aber sprach zu Joab und allem Volk, das bei ihm war, »Zerreißt eure Kleider und gürtet euch den Sack um, und haltet die Totenklage um Abner.« Und der König folgte der Bahre. Und als sie Abner begruben in Hebron, erhob der König seine Stimme und weinte bei dem Grabe Abners, und auch alles Volk weinte. Und der König klagte um Abner und sprach, »Mußte Abner sterben, wie ein Gottloser stirbt? Deine Hände waren nicht gebunden, deine Füße waren nicht in Ketten gelegt, und doch bist du gefallen, wie man vor Ruchlosen fällt. Da beweinte ihn alles Volk noch mehr. Als nun alles Volk kam, während es noch Tag war, um David zum Essen zu nötigen, schwor David und sprach, »Gott, tue mir dies und das, wenn ich Brot oder sonst etwas zu mir nehme, ehe die Sonne untergeht.« Und alles Volk nahm es wahr, und es gefiel ihnen gut, wie alles, was der König tat, dem ganzen Volke wohlgefiel. Und alles Volk und ganz Israel merkten an diesem Tage, daß es nicht vom König ausgegangen war, daß Abner, der Sohn Neas, getötet wurde. Und der König sprach zu seinen Männern, »Wisst ihr nicht, daß an diesem Tag ein Fürst und Große gefallen ist in Israel? Ich aber bin heute noch schwach, obwohl ich zum König gesalbt bin. Aber diese Männer, die Söhne der Zeruja, sind härter als ich. Der Herr vergelte dem, der Böses tut, nach seiner Bosheit.« 2. Samuel, das 4. Kapitel Als aber der Sohn Sauls hörte, daß Abner in Hebron umgekommen war, entfiel ihm der Mut, und ganz Israel erschrak. Es hatte aber der Sohn Sauls zwei Männer als Hauptleute der Streifscharen. Der eine hieß Bana, der andere Rechab, Söhne Rimmons von Beroth, aus dem Stamm Benjamin. Denn Beroth wurde auch zu Benjamin gerechnet. Dann aber flohen die Berothiter nach Getajim und wohnten dort gastweise bis auf den heutigen Tag. Auch hatte Jonathan, der Sohn Sauls, einen Sohn, der war lahm an beiden Füßen. Er war nämlich fünf Jahre alt, als die Kunde von Saul und Jonathan aus Israel kam, und seine Amme hatte ihn aufgehoben und war geflohen. Und während sie eilends floh, fiel er hin und war fortan lahm. Er hieß Mephibosheth. So gingen nun Rechab und Bana, die Söhne Rimmons von Beroth, hin und kamen zum Hause Ischbosheth, als der Tag am heißesten war. Und er schlief auf seinem Lager am Mittag. Und die Pförtnerin des Hauses hatte Weizen gereinigt und war fest eingeschlafen. Da schlichen sich Rechab und sein Bruder Bana hinein und kamen ins Haus. Da lag er auf seinem Bett in seiner Schlafkammer. Und sie stachen ihn tot und hieben ihm den Kopf ab und nahmen seinen Kopf und gingen durch das Jordantal die ganze Nacht. Und brachten das Haupt Ischbosheth zu David nach Hebron und sprachen zum König. Siehe, da ist das Haupt Ischbosheth des Sohnes Sauls, deines Feindes, der dir nach dem Leben getrachtet hat. Der Herr hat heute meinem Herrn, den König, gerecht an Saul und an seinem Geschlecht. Da antwortete ihnen David, »So war der Herr lebt, der mich aus aller Bedrängnis erlöst hat. Ich habe den, der mir verkündete, Saul ist tot und meinte, er sei ein guter Bote, ergriffen und getötet in Ziklag, dem ich doch Lohn für eine gute Botschaft hätte geben sollen. Und diese gottlosen Leute haben einen gerechten Mann in seinem Hause auf seinem Lager getötet. Sollte ich sein Blut nicht fordern von euren Händen und euch von der Erde vertilgen? Und David gebot seinen Leuten. Die schlugen sie nieder und hieben ihnen Hände und Füße ab und hängten sie auf am Teich bei Hebron. Aber das Haupt Ischbosheth nahmen sie und begruben es in Abners Grab in Hebron. Zweiter Samuel, das fünfte Kapitel Und es kamen alle Stämme Israels zu David nach Hebron und sprachen, »Siehe, wir sind von deinem Gebein und deinem Fleisch. Schon früher, als Saul über uns König war, führtest du Israel ins Feld und wieder heim. Dazu hat der Herr dir gesagt, »Du sollst mein Volk Israel weiden und sollst Fürst sein über Israel.« Und es kamen alle Ältesten in Israel zum König nach Hebron. Und der König David schloss mit ihnen einen Bund in Hebron vor dem Herrn, und sie salbten David zum König über Israel. Dreißig Jahre war David alt, als er König wurde, und regierte vierzig Jahre. Zu Hebron regierte er sieben Jahre und sechs Monate über Judah, und zu Jerusalem regierte er dreiunddreißig Jahre über ganz Israel und Judah. Und der König zog mit seinen Männern vor Jerusalem gegen die Jebusiter, die im Lande wohnten. Sie aber sprachen zu David, »Du wirst nicht hier hereinkommen, sondern Blinde und Lahme werden dich abwehren.« Damit meinten sie, daß David nicht dort hineinkommen könnte. David aber eroberte die Burg Zion. Das ist Davids Stadt. Da sprach David an diesem Tage, »Wer die Jebusiter schlägt und durch den Schacht hinaufsteigt und die Lahmen und Blinden erschlägt, die David verhaßt sind, der soll Hauptmann und Oberster sein.« Da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, zuerst hinauf und wurde Hauptmann. Daher spricht man, »Lass keinen Blinden und Lahmen ins Haus.« So wohnte David auf der Burg und nannte sie Stadt Davids. Und David baute ringsumher, vom Milo an nach innen zu. Und Davids Macht nahm immer mehr zu, und der Herr, der Gott Zebaoth, war mit ihm. Und Hiram, der König von Tyrus, sandte Boten zu David mit Zedernholz, dazu Zimmerleute und Steinmetzen, daß sie David ein Haus bauten. Und David erkannte, daß der Herr ihn zum König über Israel bestätigt und sein Königtum erhöht hatte, um seines Volkes Israel willen. Und David nahm noch mehr Frauen und Nebenfrauen in Jerusalem, nachdem er von Hebron gekommen war, und es wurden ihm noch mehr Söhne und Töchter geboren. Dies sind die Namen der Söhne, die ihm zu Jerusalem geboren sind. Als die Philister hörten, daß man David zum König über Israel gesalbt hatte, zogen sie alle herauf, um sich Davids zu bemächtigen. Sobald das David erfuhr, zog er hinab, nach der Bergfeste. Aber die Philister kamen und breiteten sich aus in der Ebene Rephaim. Und David befragte den Herrn und sprach, »Soll ich hinaufziehen gegen die Philister? Wirst du sie in meine Hand geben?« Der Herr sprach zu David, »Zieh hinauf, ich werde die Philister in deine Hand geben.« Und David kam nach Baal-Perazim und schlug sie dort und sprach, »Der Herr hat meine Feinde vor mir durchbrochen, wie Wasserfluten durchbrechen. Daher nannte man den Ort Baal-Perazim. Und sie ließen ihre Götzenbilder dort zurück. David aber und seine Männer nahmen sie mit. Die Philister aber zogen abermals herauf und breiteten sich aus in der Ebene Rephaim. Und David befragte den Herrn, und der sprach, »Du sollst nicht hinaufziehen ihnen entgegen, sondern komm von hinten über sie, daß du sie angreifst vom Bakar-Walde her.« Und wenn du hörst, wie das Rauschen in den Wipfeln der Bakar-Bäume einhergeht, so eile, denn dann ist der Herr ausgezogen vor dir her, zu schlagen das Heer der Philister. David tat, wie der Herr ihm geboten hatte, und schlug die Philister von Gibeon an bis hin nach Geser. Zweiter Samuel, das sechste Kapitel Und David sammelte abermals die ganze junge Mannschaft in Israel, dreißigtausend Mann, und machte sich auf und zog mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Bala in Judah, um die Lade Gottes von dort heraufzuholen. Diese ist genannt nach dem Namen des Herrn Zebaoth, der über den Cherubim thront. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie aus dem Hause Abinadabs, der auf dem Hügel wohnte. Usa aber und Achio, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen. Und als sie ihn mit der Lade Gottes aus dem Hause Abinadabs führten, der auf dem Hügel wohnte, und Achio vor der Lade herging, tanzten David und ganz Israel vor dem Herrn her mit aller Macht im Reigen, mit Liedern, mit Harfen und Psaltern und Pauken und Schellen und Zimbeln. Und als sie zur Tenne nach uns kamen, griff Usa zu und hielt die Lade Gottes fest, denn die Rinder glitten aus. Da entbrannte des Herrn Zorn über Usa, und Gott schlug ihn dort, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, so daß er dort starb, bei der Lade Gottes. Da ergrimmte David, daß der Herr den Usa so wegriß, und man nannte die Städte Peretz-Usa bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an diesem Tag und sprach, »Wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen?« Und er wollte sie nicht zu sich bringen lassen in die Stadt Davids, sondern ließ sie bringen ins Haus Obed-Edoms, des Gathiters. So blieb die Lade des Herrn drei Monate im Hause Obed-Edoms, des Gathiters, und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Und es wurden dem König David angesagt, daß der Herr das Haus Obed-Edoms segnete und alles, was er hatte, um der Lade Gottes willen. Da ging er hin und holte die Lade Gottes aus dem Hause Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids mit Freuden. Und als die Träger mit der Lade des Herrn sechs Schritte gegangen waren, opferte man einen Stier und ein fettes Kalb. Und David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her und war umgürtet mit einem leinenden Priesterschurz. Und David mit dem ganzen Hause Israel führte die Lade des Herrn herauf mit Jauchzen und Posaunenschall. Und als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, guckte Michael, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König David springen und tanzen vor dem Herrn und verachtete ihn in ihrem Herzen. Als sie die Lade des Herrn hineinbrachten, stellten sie sie an ihren Platz, mitten in dem Zelt, das David für sie aufgeschlagen hatte, und David opferte Brandopfer und Dankopfer vor dem Herrn. Und als David die Brandopfer und Dankopfer beendet hatte, segnete er das Volk in dem Namen des Herrn Zebaoth. Und er ließ austeilen allem Volk, der ganzen Menge Israels, Mann und Frau, einem jeden einen Brotkuchen, ein Stück Fleisch und einen Rosinenkuchen. Danach kehrte alles Volk heim, ein jeder in sein Haus. Als aber David heimkam, seinem Haus den Segensgruß zu bringen, ging Michael, die Tochter Sauls, heraus, ihm entgegen und sprach, »Wie herrlich ist heute der König von Israel gewesen, als er sich vor den Mägden seiner Männer entblößt hat, wie sich die losen Leute entblößen!« David aber sprach zu Michael, »Ich will vor dem Herrn tanzen, der mich erwählt hat, vor deinem Vater und vor seinem ganzen Hause, um mich zum Fürsten zu bestellen, über das Volk des Herrn, über Israel. Und ich will noch geringer werden als jetzt und will niedrig sein in meinen Augen. Aber bei den Mägden, von denen du geredet hast, will ich zu Ehren kommen.« Aber Michael, Sauls Tochter, hatte kein Kind bis an den Tag ihres Todes. 2. Samuel, das siebte Kapitel Als nun der König in seinem Hause saß und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte, vor allen seinen Feinden umher, sprach er zu dem Propheten Nathan, »Sieh doch, ich wohne in einem Zedernhause, und die Lade Gottes wohnt unter Zeltdecken.« Nathan sprach zu dem König, »Wohl an, alles, was in deinem Herzen ist, das tu, denn der Herr ist mit dir.« In der Nacht aber kam das Wort des Herrn zu Nathan, »Geh hin und sage zu meinem Knecht David«, so spricht der Herr, »Solltest du mir ein Haus bauen, daß ich darin wohne?« Habe ich doch in keinem Hause gewohnt seit dem Tag, da ich die Kinder Israel aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. Habe ich die ganze Zeit, als ich mit den Kindern Israel umherzog, je geredet zu einem der Richter Israels, denen ich befohlen hatte, mein Volk Israel zu weiden, und gesagt, »Warum baut ihr mir nicht ein Zedernhaus?« »Darum sollst du nun so zu meinem Knechte David sagen,« so spricht der Herr Zebaoth, »ich habe dich genommen von den Schafhürden, damit du Fürst über mein Volk Israel sein sollst, und bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich will dir einen großen Namen machen, gleich dem Namen der Großen auf Erden. Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben, und will es pflanzen, daß es dort wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse, und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen. Und wie vormals, seit der Zeit, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe, will ich dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden. Und der Herr verkündigt dir, daß der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist, und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschen ruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir, und dein Thron soll ewiglich bestehen. Als Nathan alle diese Worte und dies Gesicht David gesagt hatte, kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach, »Wer bin ich, Herr, Herr? Und was ist mein Haus, das du mich bis hierher gebracht hast? Aber nun hast du das noch für zu wenig gehalten. Herr, Herr, und hast im Hause deines Knechtes sogar für die ferne Zukunft Zusagen gegeben, und das nach Menschenweise, Herr, Herr. Und was soll David noch mehr reden mit dir? Du kennst ja deinen Knecht, Herr, Herr. Um deines Wortes willen, und nach deinem Herzen hast du alle diese großen Dinge getan, um sie deinem Knecht kundzutun. Darum bist du groß, Herr, Herr, denn es ist keiner wie du, und ist kein Gott außer dir nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Und wo ist ein Volk auf Erden wie dein Volk Israel, um dessen Willen Gott hingegangen ist, es zu erlösen, daß es sein Volk sei, und ihm einen Namen zu machen und so große und furchtbare Dinge zu tun, damit du Völker und ihre Götter vertriebest vor deinem Volk, daß du dir aus Ägypten erlöst hast. Und du hast dir dein Volk Israel zubereitet, dir zum Volk für ewig, und du, Herr, bist ihr Gott geworden. So bekräftige nun, Herr, Gott, das Wort in Ewigkeit, daß du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, und tu, wie du geredet hast. So wird dein Name groß werden in Ewigkeit, daß man sagen wird, der Herr Zebaoth ist Gott über Israel, und das Haus deines Knechtes David wird bestehen vor dir. Denn du, Herr Zebaoth, du, Gott Israels, hast das Ohr deines Knechtes geöffnet und gesagt, ich will dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht sich ein Herz gefaßt, daß er dies Gebet zu dir gebetet hat. Nun, Herr, Herr, du bist Gott, und deine Worte sind Wahrheit. Du hast all dies Gute deinem Knecht zugesagt. So fange nun an zu segnen das Haus deines Knechts, damit es ewiglich vor dir sei. Denn du, Herr, Herr, hast geredet, und mit deinem Segen wird deines Knechtes Haus gesegnet sein ewiglich. Zweiter Samuel, das achte Kapitel Und es begab sich danach, daß David die Philister schlug und sie unterwarf, und daß er den Dienstzaum den Philistern aus der Hand nahm. Er schlug auch die Moabiter und ließ sie sich auf den Boden legen und maß sie mit der Messschnur ab. Und er maß zwei Schnurlingen ab, so viele tötete er, und eine volle Schnurlinge, so viele ließ er am Leben. So wurden die Moabiter David untertan, daß sie ihm Abgaben bringen mußten. David schlug auch Hadad-Eser, den Sohn Rehobz, den König von Zobah, als er hinzog, um seine Macht wieder aufzurichten am Euphratstrom. Und David nahm von ihnen gefangen tausend und siebenhundert Gespanne und zwanzigtausend Mann Fußvolk und lähmte alle Pferde und behielt hundert übrig. Es kamen aber die Arameer von Damaskus, um Hadad-Eser dem König von Zobah zu helfen, und David schlug von den Arameern zweiundzwanzigtausend Mann. Und er setzte Stadthalter ein im Arameerreich von Damaskus. So wurde Aram David untertan, daß sie ihm Abgaben bringen mußten, denn der Herr half David, wo er auch hinzog. Und David nahm die goldenen Schilde, die Hadad-Eser's Männer gehabt hatten, und brachte sie nach Jerusalem. Und von Betach und Borotai, den Städten Hadad-Eser's, nahm der König David sehr viel Kupfer. Als aber Toi, der König von Hamad, hörte, daß David die ganze Streitmacht Hadad-Eser's geschlagen hatte, sandte er seinen Sohn Joram zum König David, ihm Frieden und Segen zu wünschen, weil er gegen Hadad-Eser gekämpft und ihn geschlagen hatte, denn Toi führte Krieg mit Hadad-Eser, und Joram brachte mit sich silberne, goldene und kupferne Kleinode. Auch diese heiligte der König David dem Herrn, samt dem Silber und Gold, das er geheiligt hatte von allen Heiden, die er unterworfen hatte, von Edom, von Moab, von den Ammonitern, von den Philistern, von Amalek und von dem, was er erbeutet hatte, von Hadad-Eser, dem Sohn Rehobz, dem König von Zobar. So machte sich David einen Namen. Als er zurückkam vom Sieg über die Aramäer, schlug er die Edom-Mieter im Salztal, achtzehntausend Mann, und setzte in ganz Edom Stadthalter ein, und ganz Edom wurde David untertan. Denn der Herr half David, wo er auch hinzog. So war David König über ganz Israel, und er schaffte Recht und Gerechtigkeit seinem ganzen Volk. Joab, der Sohn der Zeruja, war über das Heer gesetzt. Josaphat aber, der Sohn Ahiluz, war Kanzler. Zadok, der Sohn Ahitubs, und Ahimelich, der Sohn Abjathars, waren Priester. Seraja war Schreiber. Benaja, der Sohn Jojadas, war über die Kreter und Pleter gesetzt. Auch die Söhne Davids sind Priester gewesen. 2. Samuel Das 9. Kapitel Und David sprach, Ist noch jemand übrig geblieben von dem Hause Sauls, damit ich Barmherzigkeit an ihm tue, um Jonathans Willen? Es war aber ein Knecht vom Hause Sauls, der hieß Ziba. Den riefen sie zu David. Und der König sprach zu ihm, Bist du Ziba? Er sprach, Ja, dein Knecht ist es. Der König sprach, Ist da noch jemand vom Hause Sauls, damit ich Gottes Barmherzigkeit an ihm tue? Ziba sprach zum König, Es ist noch ein Sohn Jonathans da, lahm an den Füßen. Der König sprach zu ihm, Wo ist er? Ziba sprach zum König, Siehe, er ist in Lodabar, im Hause Machirs des Sohnes Amiels. Da sandte der König David hin und ließ ihn holen von Lodabar aus dem Hause Machirs des Sohnes Amiels. Als nun Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David kam, fiel er auf sein Angesicht und huldigte ihm. David aber sprach, Mephibosheth. Er sprach, Hier bin ich, dein Knecht. David sprach zu ihm, Fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um deines Vaters Jonathan willen, und will dir den ganzen Besitz deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Er aber fiel nieder und sprach, Wer bin ich, dein Knecht, daß du dich wendest zu einem toten Hunde, wie ich es bin? Da rief der König den Ziba, den Knecht Sauls, und sprach zu ihm, Alles, was Saul gehört hat, und seinem ganzen Hause, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. So bearbeite ihm nun seinen Acker, du und deine Söhne und deine Knechte, und bring die Ernte ein, damit es das Brot sei des Sohnes deines Herrn, und er sich davon nähere. Aber Mephibosheth, der Sohn deines Herrn, soll täglich an meinem Tisch essen. Ziba aber hatte fünfzehn Söhne und zwanzig Knechte. Und Ziba sprach zum König, Ganz so, wie mein Herr der König seinem Knechte geboten hat, wird dein Knecht tun. Und Mephibosheth, sprach David, esse an meinem Tische wie einer der Königssöhne. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha. Und alle, die im Hause Zibas wohnten, dienten Mephibosheth. Mephibosheth aber wohnte hinfort in Jerusalem, denn er aß täglich an des Königs Tisch. Und er war lahm an seinen beiden Füßen. Zweiter Samuel, das zehnte Kapitel Und es begab sich danach, daß der König der Ammoniter starb, und sein Sohn Hanun wurde König an seiner Stadt. Da sprach David, Ich will Hanun, dem Sohn des Nahasch, Freundschaft erweisen, wie sein Vater mir Freundschaft erwiesen hat. Und er sandte hin und ließ ihn durch seine Gesandten über seinen Vater trösten. Als nun die Gesandten David ins Land der Ammoniter kamen, sprachen die Obersten der Ammoniter zu ihrem Herrn Hanun, Meinst du, daß David deinen Vater vor deinen Augen ehren wolle, wenn er Tröster zu dir gesandt hat? Meinst du nicht, daß er dazu seine Boten zu dir gesandt hat, damit er die Stadt erforsche und erkunde und zerstöre? Da nahm Hanun die Gesandten Davids und ließ ihnen den Bart halb abscheren und die Kleider halb abschneiden bis unter den Gürtel und ließ sie gehen. Als daß David angesagt wurde, sandte er ihnen Boten entgegen, denn die Männer waren sehr geschändet. Und der König ließ ihnen sagen, bleibt in Jericho, bis euer Bart gewachsen ist. Dann kommt zurück. Als aber die Ammoniter sahen, daß sie sich bei David in Verruf gebracht hatten, sandten sie hin und warben an die Arameer von Bet-Rehub und die Arameer von Zobar zwanzigtausend Mann Fußvolk und von dem König von Macher tausend Mann und von Tob zwölftausend Mann. Als daß David hörte, sandte er Joab mit dem ganzen Heer der Kriegsleute. Und die Ammoniter zogen aus und stellten sich auf zum Kampf vor dem Eingang des Tores. Die Arameer aber von Zobar, von Rehob, von Tob und von Macher standen für sich auf freiem Feld. Als Joab nun sah, daß der Angriff gegen ihn gerichtet war von vorn und von hinten, wählte er aus der ganzen jungen Mannschaft in Israel einen Teil aus und stellte sich den Arameern entgegen. Und das übrige Kriegsvolk tat er unter die Hand seines Bruders Abisai, daß er sie gegen die Ammoniter aufstelle und sprach, Werden mir die Arameer überlegen sein, so komm mir zu Hilfe. Werden aber die Ammoniter dir überlegen sein, so will ich dir zu Hilfe kommen. Sei ganz getrost, damit wir die Stärkeren bleiben für unser Volk und die Städte unseres Gottes. Der Herr aber tue, was ihm gefällt. Und Joab rückte an mit dem Volk, das bei ihm war, um gegen die Arameer zu kämpfen, und sie flohen vor ihm. Und als die Ammoniter sahen, daß die Arameer flohen, flohen sie auch vor Abisai in die Stadt hinein. Da ließ Joab ab von den Ammonitern und kam nach Jerusalem. Und als die Arameer sahen, daß sie von Israel geschlagen waren, sammelten sie sich. Und Hadad Eser sandte hin und ließ die Arameer jenseits des Stromes ausziehen, und sie kamen nach Helam und Schobach, der Feldhauptmann Hadad Esers an ihrer Spitze. Als das David angesagt wurde, sammelte er ganz Israel und zog über den Jordan und kam nach Helam. Und die Arameer stellten sich gegen David auf, um mit ihm zu kämpfen. Aber die Arameer flohen vor Israel, und David vernichtete von den Arameern siebenhundert Wagen und vierzig tausend Mann. Und Schobach, den Feldhauptmann, erschlug er, daß er dort starb. Als aber alle Könige, die unter Hadad Eser waren, sahen, daß sie von Israel geschlagen waren, machten sie Frieden mit Israel und wurden ihm untertan. Und die Arameer fürchteten sich, den Ammonitern hinfort zu helfen. Zweiter Samuel, das elfte Kapitel Und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegen, sandte David Joab und seine Männer mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Rabba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. Und es begab sich, daß David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des König hauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen. Und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen, und man sagte, das ist doch Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethithers. Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und als sie zu ihm kam, wohnte er ihr bei. Sie aber hatte sich kehrte in ihr Haus zurück. Und die Frau ward schwanger und sandte hin und ließ David sagen, ich bin schwanger geworden. David aber sandte zu Joab, sende zu mir Uria, den Hethiter. Und Joab sandte Uria zu David. Und als Uria zu ihm kam, fragte David, ob es mit Joab und mit dem Heer und mit dem Krieg gut stünde. Und David sprach zu Und als Uria aus des Königs Haus hinaus ging, wurde ihm ein Geschenk des Königs nachgetragen. Aber Uria legte sich schlafen vor der Tür des Königs Hauses, wo alle Kriegsleute seines Herren lagen, und ging nicht hinab in sein Haus. Als man aber David ansagte, Uria ist nicht hinab in sein Haus gegangen, sprach David zu ihm, bist du nicht von weit her gekommen? Warum bist du nicht hinab in dein Haus gegangen? Uria aber sprach zu David, die Lade und Israel und Judah wohnen in Zelten, und Joab, mein Herr, und meines Herrn Kriegsleute liegen auf freiem Felde, und ich sollte in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meinem Weibe zu liegen? So wahr der Herr lebt, und so wahr du lebst, ich tue so etwas nicht. David sprach zu Uria, bleib heute hier, morgen will ich dich gehen lassen. So blieb Uria in Jerusalem an diesen Tage und auch am nächsten. Und David lud ihn ein, so dass er bei ihm aß und trank und machte ihn betrunken. Aber am Abend ging er hinaus, um sich schlafen zu legen auf sein Lager bei den Männern seines Herrn und ging nicht hinab in sein Haus. Am andern Morgen schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uria. Er schrieb aber in dem Brief, stellt Uria vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, daß er erschlagen werde und sterbe. Als nun Joab die Stadt belagerte, stellte er Uria dorthin, wo er wußte, daß streitbare Männer standen. Als die Männer der Stadt einen Ausfall machten und mit Joab kämpften, fielen einige vom Volk von den Männern Davids, und Uria der Hethiter starb auch. Da sandte Joab hin und ließ David alles sagen, was sich bei dem Kampf begeben hatte, und gebot dem Boten, wenn du dem König alles bis zu Ende gesagt hast, was sich ihr so nahe an die Stadt herangerückt im Kampf, wißt ihr nicht, daß von der Mauer geschossen wird? Wer erschlug Abimelich, den Sohn Jerubals? Warf nicht ein Weib einen Mühlstein auf ihn von der Mauer, so daß er in Thebetz starb? Warum seid ihr so nahe an die Mauer heranger gerückt? So sollst du sagen, auch dein Knecht Uria, der Hethiter, ist tot. Der Bote ging hin und kam und sagte David alles, weswegen Joab ihn gesandt hatte. Und der Bote sprach zu David, die Männer waren uns übermächtig und zogen heraus aufs Feld gegen uns, wir aber gingen gegen sie bis an den Eingang des Tores. Und die Schützen schossen von der Mauer auf deine Knechte und töteten einige von den Männern des Königs und auch Uriah, dein Knecht, der Hethiter, ist tot. David sprach zum Boten, so sollst du Joab sagen, laß dir das nicht leid sein, wenn das Schwert frisst bald diesen, bald jenen, fahre fort mit dem Kampf gegen die Stadt und zerstöre sie, so sollst du ihm Mut zusprechen. Und als Urias Frau hörte, daß ihr Mann Uriah tot war, hielt sie die Totenklage um ihren Eheherrn. Sobald sie aber ausgetrauert hatte, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen, und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. 2. 2. 12. Kapitel Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte, und er näherte es, daß es groß wurde bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und er hielt wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großem Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, so war der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen und habe dir das Haus Israel und Judah gegeben und ist das zu wenig will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm es fiel. Uriah, den Hethiter hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durchs Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr. Siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause und will deine Frauen nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll an der lichten Sonne. Denn du hast heimlich getan, ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Und der Herr schlug das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, so dass es todkrank wurde. Und David suchte Gott um des Knebleins Willen und fastete. Und wenn er heimkam, lag er über Nacht auf der Erde. Da traten herzu die Ältesten seines Hauses und wollten ihn aufrichten von der Erde. Er aber wollte nicht und aß auch nicht mit ihnen. Am siebenten Tage aber starb das Kind. Und die Männer Davids fürchteten sich, ihm zu sagen, daß das Kind tot sei, denn sie dachten, siehe, als das Kind noch am Leben war, redeten wir mit ihm und er hörte nicht auf uns. Wie könnten wir ihm nun sagen, das Kind ist tot? Er könnte ein Unheil anrichten. Als aber David sah, daß seine Männer leise redeten, merkte er, daß das Kind tot sei und sprach zu seinen Männern, ist das Kind tot? Sie sprachen ja. Da stand David von der Erde auf und wusch sich und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. Und als er wieder heimkam, ließ er sich Speise auftragen und aß. Da sprachen seine Männer zu ihm, was soll das, was du tust? Als das Kind lebte, hast du gefastet und geweint, nun es aber gestorben ist, stehst du auf und issest? Er sprach, als das Kind noch lebte, fastete ich und weinte, denn ich dachte, wer weiß, ob mir der Herr nicht gnädig wird und das Kind am Leben bleibt. Nun es aber tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm fahren, es kommt aber nicht wieder zu mir zurück. Und als David seine Frau Bathseba getröstet hatte, ging er zu ihr hinein und wohnte ihr bei, und sie gebar einen Sohn, den nannte er Salomo, und der Herr liebte ihn, und er tat ihn unter die Hand des Propheten Nathan, der nannte ihn Jedidja, um des Herrn willen. So kämpfte nun Joab gegen Rabah, die Stadt der Ammoniter, und eroberte die Königsstadt und sandte Boten zu David und ließ ihm sagen, ich habe gekämpft gegen Rabah und schon die Wasserstadt eingenommen. So bring nun das übrige Kriegsvolk zusammen und belagere die Stadt und erobere sie, damit nicht ich sie erobere und mein Name über ihr ausgerufen werde. So brachte David das ganze Kriegsvolk zusammen und zog hin und kämpfte gegen Rabah und erobert es und nahm seinem König die Krone vom Haupt. Die war an Gewicht einen Zentner Gold schwer und an ihr war ein Edelstein und sie wurde David aufs Haupt gesetzt und er führte aus der Stadt viel Beute weg. Aber das Volk darin führte er heraus und stellte sie als Frohn Arbeiter an die Segen die eisernen Pickel und an die eisernen Äxte und ließ sie an den Ziegelöfen arbeiten. So tat er mit allen Städten der Ammoniter. Danach kehrten David und das ganze Kriegsvolk nach Jerusalem zurück. Zweiter Samuel Das dreizehnte Kapitel Und es begab sich danach Absalom der Sohn Davids hatte eine schöne Schwester die Tamar hieß und Amnon der Sohn Davids gewann sie lieb. Und Amnon grämte sich, so dass er fast krank wurde, um seine Schwester Tamar willen, denn sie war eine Jungfrau und es schien Amnon unmöglich zu sein, ihr etwas anzutun. Amnon aber hatte einen Freund, der hieß Jonadab, ein Sohn von Davids Bruder Shima, und dieser Jonadab war ein sehr erfahrener Mann. Der sprach zu ihm, Warum wirst du so mager Tag, du Königssohn? Willst du mir es nicht sagen? Da sprach Amnon zu ihm, Ich habe Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom, lieb gewonnen. Jonadab sprach zu ihm, Lege dich auf dein Bett und stelle dich krank. Wenn dann dein Vater kommt, dich zu besuchen, so sprich zu ihm, Laß doch meine Schwester Tamar kommen, damit sie mir Krankenkost gebe und vor von ihrer Hand nehme und esse. So legte sich Amnon hin und stellte sich krank. Als nun der König kam, ihn zu besuchen, sprach Amnon zum König, Laß doch meine Schwester Tamar kommen, daß sie vor meinen Augen einen Kuchen oder zwei mache und ich von ihrer Hand nehme und esse. Da sandte David zu Tamar ins Haus und ließ ihr sagen, geh hin ins Haus seines Bruders Amnon und mache ihm eine Krankenspeise. Tamar ging hin ins Haus ihres Bruders Amnon, er aber lag zu Bett und sie nahm den Teig und knetete ihn und bereitete ihn vor seinen Augen und backte die Kuchen und sie nahm die Pfanne und schüttete sie vor ihm aus. Aber er weigerte sich zu essen und Amnon sprach Laß jedermann von mir hinausgehen und es ging jedermann von ihm hinaus. Da sprach Amnon zu Tamar bringe die Krankenspeise in die Kammer damit ich von deiner Hand nehme und esse. Da nahm Tamar die Kuchen die sie gemacht hatte und brachte sie zu Amnon ihrem Bruder in die Kammer. Und als sie diese zu ihm brachte damit er esse ergriff er Tamar und sprach zu ihr komm meine Schwester lege dich zu mir. Sie aber sprach zu ihm nicht doch mein Bruder schände mich nicht denn so tut man nicht in Israel tu nicht solch eine Schandtat wo soll ich mit meiner Schande hin und du wirst in Israel sein wie ein Ruchloser rede aber mit dem König der wird mich dir nicht versagen aber er wollte nicht auf sie hören und ergriff sie und überwältigte sie und wohnte ihr bei und Amnon wurde ihrer überdrüssig so daß sein Widerwille größer war als vorher seine Liebe und Amnon sprach zu ihr auf geh deiner Wege sie aber sprach zu ihm daß du mich von dir stößt dies Unrecht ist größer als das andere das du an mir getan hast aber er wollte nicht auf sie hören sondern rief seinen Diener der ihm aufwartete und sprach treibe diese von mir hinaus und schließ die Tür hinter ihr zu und sie hatte ein Ärmelkleid an denn solche Kleider trugen des Königs Töchter solange sie Jungfrauen waren und als ein Diener sie hinaus getrieben und die Tür hinter ihr zugeschlossen hatte warf Tamar Asche auf ihr Haupt und zerriß das Ärmelkleid das sie anhatte und legte ihre Hand auf das Haupt und ging laut schreiend davon und ihr Bruder Absalom sprach zu ihr ist dein Bruder Amnon bei dir gewesen nun meine Schwester schweig still es ist dein Bruder nimm dir die Sache nicht so zu Herzen so blieb Tamar einsam im Hause ihres Bruders Absalom und als der König David dies alles hörte wurde er aber er tat seinem Sohn Amnon nichts zu leide denn er liebte ihn weil er sein erstgeborener war doch Absalom redete nicht mit Amnon weder böses noch gutes denn Absalom haßte Amnon weil er seine Schwester Tamar geschändet hatte nach zwei Jahren aber hatte Absalom Schafschuhe in Baal Hazor das bei Ephraim liegt und Absalom lud alle Söhne des Königs ein und kam zum Siehe dein Knecht hat Schafschuhe der König und seine Großen mögen mit seinem Knecht hingehen Der König aber sprach zu Absalom Nicht doch mein Sohn Lass uns nicht alle gehen damit wir dich nicht beschweren und obgleich er ihn nötigte wollte er doch nicht hingehen sondern entließ ihn mit seinem Segen Absalom sprach Sollte nicht mein Bruder Amnon mit uns gehen Der König soll er mit dir gehen Da nötigte ihn Absalom dass er Amnon und alle Söhne des Königs mit ihm gehen ließ Und Absalom machte ein Mahl wie wenn der König ein Mahl gibt Absalom aber gebot seinen Leuten Seht darauf wenn Amnon guter Dinge wird vom Wein und ich zu euch spreche Schlagt Amnon nieder so sollt ihr ihn töten Fürchtet euch nicht denn ich hab's euch geboten Seid nur getrost und geht tapfer dran So taten die Leute Absaloms mit Amnon wie ihnen Absalom geboten hatte Da sprangen alle Söhne des Königs auf und jeder setzte sich auf sein Maultier und sie flohen und als sie noch auf dem Wege waren kam das Gerücht vor David Absalom habe alle Söhne des Königs erschlagen daß nicht einer von ihnen übrig geblieben sei Da stand der König auf und zerriß seine Kleider und legte sich auf die Erde und alle seine Großen die um ihn herum standen zerrissen ihre Kleider Da hob Jonadab der Sohn Shimas des Bruders Davids an und sprach Mein Herr denke nicht daß alle jungen Männer die Söhne des Königs tot sind sondern Amnon allein wird tot sein denn das hatte Absalom im Sinn von dem Tage an da jener seine Schwester Tamar geschändet hatte so möge nun mein Herr der König nicht meinen daß alle Söhne des Königs tot sein sondern Amnon allein ist tot Absalom aber floh und als der Knecht auf der Warte seine Augen aufhob und ausschaute siehe da war viel Volk auf dem Wege nach Horon Naim am Abhang da sprach Jonadab zum König siehe die Söhne des Königs kommen wie dein Knecht gesagt hat so ist ergangen und nachdem er das gesagt hatte siehe da kamen die Söhne des Königs und erhoben ihre Stimme und weinten der König und alle seine Großen weinten auch gar sehr Absalom aber floh und ging zu Talmai dem Sohn Amihutz dem König von Geschur David David trug Leid um seinen Sohn alle Tage als aber Absalom geflohen und nach Geschur gezogen war blieb er dort drei Jahre und der König David hörte auf Absalom zu grollen denn er hatte sich getröstet über Ammon daß er tot war Zweiter Samuel das vierzehnte Kapitel Joab aber der Sohn der Zeruja merkte daß des Königs Herz an Absalom hing und sandte hin nach Tekoa und ließ von dort eine kluge Frau holen und sprach zu ihr stelle dich wie eine trauernde und zieh Trauerkleider an und salbe dich nicht mit Öl sondern stelle dich wie ein Weib das eine lange Zeit Leid getragen hat um einen Toten und du sollst zum König hineingehen und mit ihm reden so und so und Joab legte ihr die Worte in den Mund die sie reden sollte und als die Frau aus Tekoa zum König kam fiel sie auf ihr Antlitz zur Erde und huldigte ihm und sprach hilf mir König der König sprach zu ihr was hast du sie sprach ach ich bin eine Witwe und mein Mann ist gestorben und deine Magd hatte zwei Söhne die zankten miteinander auf dem Felde und weil keiner da war der zwischen ihnen schlichtete schlug der eine seinen Bruder nieder und tötete ihn und sie nun steht die ganze Sippe auf gegen deine Magd und sie sagen gib den her der seinen Bruder erschlagen hat damit wir ihn töten für das Leben seines Bruders den er umgebracht hat so wollen sie auch den Erben vertilgen und den Funken auslöschen der mir noch übrig geblieben ist so dass meinem Mann kein Name und kein Nachkomme bleibt auf Erden der König die Sache für dich ordnen und die Frau aus Tekoa sprach zum König mein Herr und König die Schuld wird man auf mich und meines Vaters Haus legen den König aber und seinen Thron ohne Schuld sein lassen der König sprach wer gegen dich redet den bringe zu mir er soll dich nicht mehr antasten sie sprach der König möge doch den Namen des Herrn seines Gottes nennen damit der Bluträcher nicht noch mehr Verderben anrichte und sie meinen Sohn nicht vertilgen er sprach so war der Herr lebt es soll kein Haar von deinem Sohn auf die Erde fallen und die Frau sprach laß deine Magd meinem Herrn und König etwas sagen er sprach sag an die Frau sprach warum bist du so gesinnt gegen Gottes Volk denn da der König nun ein solches Urteil gefällt hat ist er wie ein Schuldiger wenn er den nicht zurückholen lässt den er verstoßen hat denn wir sterben des Todes und sind wie Wasser das auf die Erde gegossen wird und das man nicht wieder sammeln kann aber Gott will nicht das Leben wegnehmen sondern er ist darauf bedacht daß das Verstoßene nicht auch von ihm verstoßen werde so bin ich nun gekommen mit meinem Herrn und König solches zu reden denn das Volk macht mir Angst deine Magd dachte ich will mit dem König reden vielleicht wird er tun was seine Magd sagt denn der König wird seine Magd erhören daß er mich errette aus der Hand aller die mich samt meinem Sohn vertilgen wollen vom Erbe Gottes und deine Magd dachte meines Herrn des Königs Wort soll mir ein Trost sein denn mein Herr der König ist wie der Engel Gottes das er Gutes und Böses unterscheiden kann der Herr dein Gott möge mit dir sein der König antwortete und sprach zu der Frau verhehle mir nicht was ich dich frage die Frau sprach mein Herr der König rede der König sprach ist nicht die Hand Joabs mit dir in alledem die Frau antwortete so wahr du lebst mein Herr und König man kann nicht vorüber an dem was mein Herr und König geredet hat weder zur rechten noch zur linken ja dein Knecht Joab hat mir es geboten und er hat alle diese Worte deiner Magd in den Mund gelegt daß ich diese Sache so wenden sollte das hat dein Knecht Joab gemacht aber mein Herr gleicht an Weisheit dem Engel Gottes so daß er alles weiß was auf Erden geschieht da sprach der König zu Joab siehe ich will es tun so geh hin und bringe meinen Sohn Absalom zurück da fiel Joab auf sein Antlitz zur Erde huldigte und dankte dem König und sprach heute erkennt dein Knecht daß ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen mein Herr und König da der König tut was dein Knecht sagt so machte sich Joab auf und zog nach Geshur und brachte Absalom nach Jerusalem aber der König sprach laß ihn wieder in sein Haus gehen doch mein Angesicht soll er nicht sehen so kam Absalom wieder in sein Haus doch des Königs Angesicht sah er nicht es war aber in ganz Israel kein Mann so schön wie Absalom und er hatte dieses Lob vor allen von der Fußsohle bis zum Scheitel war nicht das geschah alle Jahre denn es war ihm zu schwer so daß man es abscheren mußte so wog sein Haupthaar zweihundert Lot nach dem königlichen Gewicht und Absalom wurden drei Söhne geboren und eine Tochter die hieß Tamar und sie war ein schönes Mädchen und Absalom wohnte zwei Jahre in Jerusalem ohne des Königs Angesicht zu sehen und Absalom sandte zu Joab um ihn aber Joab wollte nicht zu ihm kommen er aber sandte zum zweiten Mal aber er wollte immer noch nicht kommen da sprach er zu seinen Knechten seht das Stück Acker Joabs neben meinem er hat Gerste darauf so geht hin und steckt in Brand da steckten die Knechte Absaloms das Stück in Brand da machte sich Joab auf und kam zu Absalom ins Haus und sprach zu ihm Brand gesteckt Absalom sprach zu Joab siehe ich sandte zu dir und ließ dir sagen komm her damit ich dich zum König sende und fragen lasse warum bin ich von Geschur hierher gekommen es wäre mir besser daß ich noch dort wäre so laß mich nun das Angesicht des Königs sehen liegt aber eine Schuld auf mir so soll er mich töten und Joab ging hinein zum Absalom daß er hinein zum König kam und er fiel nieder vor dem König auf sein Antlitz zur Erde und der König küßte Absalom 2. Samuel das 15. Kapitel Und es begab sich danach daß Absalom sich einen Wagen anschaffte und Rosse und fünfzig Mann die seine Leibwache waren Auch machte sich Absalom des Morgens auf und trat an den Weg bei dem Tor und wenn jemand einen Rechtshandel hatte und deshalb zum König vor Gericht gehen wollte rief ihn Absalom zu sich und sprach aus welcher Stadt bist du wenn er dann sprach dein Knecht ist aus dem und dem Stamm Israels so sprach Absalom zu ihm siehe deine Sache ist gut und recht aber du hast keinen beim König der dich hört und Absalom sprach o wer setzt mich zum Richter im Lande daß jedermann zu mir käme der eine Sache und Gerichtshandel hat damit ich ihm zum Recht hülfe und wenn jemand ihm nahte und vor ihm niederfallen wollte so streckte er seine Hand aus und ergriff ihn und küßte ihn auf diese Weise tat Absalom mit ganz Israel wenn sie vor Gericht kamen zum König so stahl Absalom das Herz der Männer Israels nach vier Jahren sprach Absalom zum König ich will hingehen und mein Gelübde in Hebron erfüllen daß ich dem Herrn gelobt habe denn dein Knecht hat ein Gelübde getan als ich in Geshur in Aram wohnte und gesprochen wenn mich der Herr nach Jerusalem zurück bringt so will ich dem Herrn einen Gottesdienst halten der König sprach zu ihm geh hin mit Frieden und er machte sich auf und ging nach Hebron Absalom aber hatte heimlich Boten ausgesandt in alle Stämme Israels und sagen lassen wenn ihr den Schall der Posaune hört so ruft Absalom ist König geworden zu Hebron es gingen aber mit Absalom zweihundert Mann von Jerusalem die geladen waren und sie gingen ohne Argwohn und wußten nichts von der Sache als aber Absalom die Opfer darbrachte sandte er auch zu Ahitophel dem Giloniter Davids Ratgeber und ließ ihn holen aus seiner Stadt Gilo und die Verschwörung wurde stark und es sammelte sich immer mehr Volk um Absalom da kam einer der sagte es David an und sprach jedermanns Herz in Israel hat sich Absalom zugewandt David König zog hinaus und sein ganzes Haus ihm nach Der König aber ließ zehn Nebenfrauen zurück um das Haus zu bewahren Und als der König und alles Volk das ihm nach folgte hinaus kamen blieben sie stehen beim letzten Hause und alle seine Großen blieben an seiner Seite aber alle Kreter und Pläter auch alle Gathiter sechshundert Mann die von Gad ihm nachgefolgt waren zogen an dem König vorüber Und der König sprach zu Itai dem Gathiter Warum gehst auch du mit uns Kehre um und bleibe bei dem neuen König denn du bist ein Ausländer und von deiner Heimat hierher gezogen Gestern bist du gekommen und heute sollte ich dich mit uns hin und her ziehen lassen denn ich muss gehen wohin ich gehen kann Kehre um und nimm deine Brüder mit dir dir widerfahre Barmherzigkeit und Treue Itai antwortete dem König und sprach so war der Herr lebt und so war mein Herr und König lebt wo immer mein Herr der König ist es gerate zum Tod oder zum Leben da wird dein Knecht auch sein David sprach zu Itai so komm und zieh vorüber da zog Itai der Gathiter vorüber und alle seine Männer und der ganze Haufe von Frauen und Kindern die bei ihm waren und das ganze Land weinte mit lauter Stimme während das ganze Kriegsvolk vorüber zog und der König ging über den Bach Kidron und das ganze Kriegsvolk zog weiter auf dem Wege der zur Wüste geht und siehe Zadok war auch da und alle Leviten die bei ihm waren und sie trugen die Lade des Bundes Gottes und stellten sie nieder und Abiatar brachte Opfer dar bis das ganze Kriegsvolk aus der Stadt vorüber gezogen war aber der König sprach zu Zadok bringe die Lade Gottes in die Stadt zurück Werde Werde ich Gnade finden vor dem Herrn so wird er mich zurück bringen daß ich sie und ihre Städte wieder sehe spricht er aber ich habe kein Wohlgefallen an dir siehe hier bin ich er macht mit mir wie es ihm wohl gefällt und der König sprach zu dem Priester Zadok wohl an du und Abiatar kehrt zurück in die Stadt mit Frieden und mit euch eure beiden Söhne Ahimaz dein Sohn und Jonathan der Sohn Abiatars ziehe ich will warten auf den Furten in der Wüste bis von euch Botschaft zu mir kommt so brachten Zadok und Abiatar die Lade Gottes zurück nach Jerusalem und blieben dort David aber ging den Ölberg hinan und weinte und sein Haupt war verhüllt und er ging Bachfuß auch alle vom Volk die bei ihm waren hatten ihr Haupt verhüllt und gingen hinan und weinten und als David gesagt wurde daß Ahitophel im Bund mit Absalom sei sprach er Herr mache den Ratschlag Ahitophels zur Torheit und 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 David auf die Höhe kam wo man Gott anzubeten pflegte siehe da begegnete ihm Huschai der Arkita mit zerrissenem Rock und Erde auf seinem Haupt und David sprach zu ihm wenn du mit mir gehst wirst du mir eine Last sein wenn du aber in die Stadt zurückkehrst und zu Absalom sprichst ich will dein Knecht sein König wie ich zuvor deines Vaters Knecht war will ich nun dein Knecht sein so könntest du mir zu gut den Ratschlag Ahitophels zunichte machen auch sind die Priester Zadok und Abiathar mit dir alles was du hörst aus des Königs Hause sollst du den Priestern Zadok und Abiathar sagen sie sind bei ihnen ihre beiden Söhne Ahimats Zadoks Sohn und Jonathan Abiathars Sohn durch die könnt ihr mir alles zukommen lassen was ihr hören werdet so kam Hushai der Freund Davids in die Stadt und Absalom zog in Jerusalem ein 2. Samuel das 16. Kapitel Und als David ein wenig über die Höhe hinab gegangen war siehe da begegnete ihm Ziba der Knecht Mephibosheth mit einem Paar gesattelter Esel darauf waren zweihundert Brote und hundert Rosinenkuchen und hundert frische Früchte und ein Schlauch Wein Da sprach der König zu Ziba Was willst du damit machen Ziba sprach Die Esel sollen für das Haus des Königs sein um darauf zu reiten und die Brote und die Früchte sind für die Leute zum Essen und der Wein zum Trinken wenn sie müde werden in der Wüste Der König sprach Wo ist der Sohn deines Herrn Ziba sprach zum König Siehe er blieb in Jerusalem denn er denkt heute wird mir das Haus Israel meines Vaters Königstum zurückgeben Der König sprach zu Ziba siehe es soll dein sein alles was Mephibosheth hat Ziba sprach ich neige mich lass mich auch ferner Gnade finden vor dir mein Herr und König Als aber der König David nach Bahurim kam siehe da kam ein Mann von dort heraus vom Geschlecht des Hauses Saul der hieß Simei der Sohn Geras der kam heraus und fluchte und warf mit Steinen nach David und allen Großen des Königs David obwohl das ganze Kriegsvolk und alle seine Helden zu seiner Rechten und Linken waren So aber rief Simei als er fluchte Bluthund du ruchloser Mann der Herr hat über dich gebracht alles Blut des Hauses Sauls an dessen Stadt du König geworden bist jetzt hat der Herr das Königtum gegeben in die Hand deines Sohnes Absalom und siehe nun steckst du in deinem Unglück denn du bist ein Bluthund aber Abisai der Sohn der Zeruja sprach zu dem König sollte dieser tote Hund meinem Herrn dem König fluchen dürfen ich will hingehen und ihm den Kopf abhauen der König sprach ihr Söhne der Zeruja was hab ich mit euch zu schaffen lasst ihn fluchen denn der Herr hat ihn geboten fluche David wer darf denn sagen warum tust du das und David sprach zu Abisai und zu allen seinen Großen siehe mein Sohn der von meinem Leibe gekommen ist trachtet mir nach dem Leben warum nicht auch jetzt der Benjamin iter laßt ihn ruhig fluchen denn der Herr hat ihm geboten vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und mir mit gutem vergelten sein heutiges fluchen so ging David mit seinen Leuten des Weges aber Simei ging am Hang des Berges entlang ihm gegenüber und fluchte und warf mit Steinen nach ihm und bewarf ihn mit Erdklumpen und der König kam mit allem Volk das bei ihm war müde an den Jordan und ruhte dort aus aber abs Absalom und alles volk die Männer Israels kamen nach Jerusalem und Ahith Tofel mit ihm als aber Huschai der Arkiter Davids Freund zu Absalom hineinkam rief er Absalom zu es lebe der König es lebe der König Absalom aber sprach zu Huschai ist das deine Liebe zu deinem Freunde warum bist du nicht mit deinem Freunde gezogen Huschai aber sprach zu Absalom nein sondern wen der Herr erwählt und dies Volk und alle Männer in Israel zu dem gehöre ich und bei dem will ich bleiben zum anderen wem diene ich ist es nicht sein Sohn dem ich diene wie ich deinem Vater gedient habe so will ich auch vor dir sein und Absalom sprach zu Ahith Fe Gebt euren Rat was sollen wir tun Ahith sprach zu Absalom geh ein zu den Nebenfrauen deines Vaters die er zurückgelassen hat um das Haus zu bewahren so wird ganz Israel hören dass du dich bei deinem Vater in Verruf gebracht hast dann werden alle die zu dir stehen desto kühner werden da machten sie Absalom ein Zelt auf dem Dach und Absalom ging zu den Nebenfrauen seines Vaters vor den Augen ganz Israels wenn damals Ahithofel einen Rat gab dann war das als wenn man Gott um etwas befragt hätte so viel galten alle Ratschläge Ahithofels bei David und bei Absalom 2. Samuel das siebzehnte Kapitel Und Ahithofel sprach zu Absalom Ich will zwölftausend Mann auswählen und mich aufmachen und David nachjagen in dieser Nacht und will ihn überfallen solange er matt und verzagt ist Wenn ich ihn dann erschrecke und das ganze Kriegsvolk das bei ihm ist flieht will ich den König allein erschlagen und das ganze Kriegsvolk zu dir zurück bringen wie die junge Frau zu ihrem Mann zurückkehrt Du trachtest ja nur einem Mann nach dem Leben aber das ganze Volk soll in Frieden bleiben Die Rede gefiel Absalom gut und allen Ältesten in Israel Aber Absalom sprach Laß doch auch Huschai den Arkiter rufen und hören was er dazu sagt Und als Huschai hinein zu Absalom kam sprach Absalom zu ihm Das und das hat Ahitofel geredet Sage du sollen wir es tun oder nicht Da sprach Huschai zu Absalom Es ist kein guter Rat den Ahitofel diesmal gegeben hat Und Huschai sprach weiter Du kennst deinen Vater und seine Leute dass sie stark sind und zornigen Gemüts wie eine Bären auf dem Felde der die Jungen geraubt sind Dazu ist dein Vater ein Kriegsmann und wird seinen Leuten keine Nachtruhe gönnen Siehe er hat sich jetzt vielleicht verkrochen in irgendeiner Versteck Wenn's dann geschehe dass gleich zu Anfang einige unter ihnen fallen und es käme das Gerücht auf das Heer das Absalom nachfolgt ist geschlagen worden So würde jedermann verzagt werden Auch wenn er ein Krieger ist und ein Herz hat wie ein Löwe Denn es weiß ganz Israel dass sein Vater ein Held ist und seine Leute tapfere Krieger sind Darum rate ich dass du zu dir versammelst ganz Israel von Dan bis Berseba so viel wie der Sand Amir und dass du selbst mit ihnen ziehst so wollen wir ihn überfallen wo wir ihn finden und wollen über ihn kommen wie der Tau auf die Erde fällt daß sie von ihm und allen seinen Männern nicht einen einzigen übrig lassen zieht er sich aber in eine Stadt zurück so soll ganz Israel Stricke an die Stadt legen und sie ins Tal schleifen so daß man nicht einen Stein mehr dort finde da sprachen Absalom und jedermann in Israel der Rat Huschais des Arkitas ist besser als Ahitophels Rat so schickte es der Herr dass der kluge Rat Ahitophels verhindert wurde damit der Herr Unheil über Absalom brächte und Huschai sprach zu den Priestern Tzadok und Abjatar so und so hat Ahitophel Absalom und den Ältesten in Israel geraten ich aber habe so und so geraten so sendet nun Eilens hin und lass David sagen bleibe nicht über Nacht an den Furten der Wüste sondern geh gleich hinüber damit der König nicht vernichtet werde und das ganze Volk das bei ihm ist Jonathan aber und Ahimaz standen bei dem Brunnen Rogel und eine Magd ging von Zeit zu Zeit hin und brachte ihnen Nachricht die sie dem König David weitersagten denn sie durften sich in der Stadt nicht sehen lassen es sah sie aber ein Knabe und sagte es Absalom an da gingen die beiden Eilens fort und kamen in das Haus eines Mannes in Bahurim der hatte einen Brunnen in seinem Hofe da hinein stiegen sie und die Frau nahm eine Decke und bereitete sie über das Brunnenloch und schüttete Körner darüber so daß man nichts merkte als nun die Leute Absaloms zu der Frau ins Haus kamen sprachen sie wo sind Ahimaz und Jonathan sie sprach zu ihnen sie gingen weiter zum Wasser und als die Leute Absaloms sie suchten und nicht fanden kehrten sie nach Jerusalem und als sie weg waren stiegen jene aus dem Brunnen und gingen hin und sagten es dem König David an und sprachen zu David macht euch auf und geht eilends über den Fluss denn Ahitophel hat gegen euch den und den Rat gegeben Da machte sich David auf und das ganze Volk das bei ihm war und sie gingen über den Jordan und als es Licht der Morgen wurde fehlte nicht ein einziger der nicht über den Jordan gegangen war als aber Ahitophel sah daß sein Rat nicht ausgeführt wurde saddelte er seinen Esel machte sich auf und zog heim in seine Stadt und bestellte sein Haus und erhängte sich und starb und wurde begraben in seines Vaters Grab und David kam nach Mahanayim aber Absalom zog über den Jordan und alle Männer Israels mit ihm und Absalom hatte Amasa an Joabs Stadt über das Heer gesetzt Amasa aber war der Sohn eines Mannes mit Namen Jitra eines Israelitas der zu Abibal der Tochter des Nahas eingegangen war diese war eine Schwester der Zeruja Joabs Mutter Israel aber und Absalom lagerten sich in Gilead Als David nach Mahanayim gekommen war da brachten Schobi der Sohn des Nahasch von Rabat Amon und Mahir der Sohn Amiels von Lo Dabar und Barzillai ein Gileaditer von Roglim Betten Betten Becken Irdene Gefäße Weizen Gerste Mehl Geröstete Körner Bohnen Linsen Honig Butter Kuh und Schafkäse um David und das Volk das bei ihm war zu stärken denn sie dachten das Volk wird hungrig müde und durstig geworden sein in der Wüste 2. Samuel das 18. Kapitel Und David ordnete das Kriegsvolk das bei ihm war und setzte über sie Hauptleute über tausend und über hundert und stellte ein Drittel des Volkes unter Joab und ein Drittel unter Abisai den Sohn der Zeruja Joabs Bruder und ein Drittel unter Itai den Gathiter und der König sprach zum Kriegsvolk Ich will auch mit euch ausziehen aber das Kriegsvolk sprach Du sollst nicht ausziehen denn wenn wir fliehen oder die Hälfte von uns stirbt so werden sie unser nicht achten aber du bist wie zehntausend von uns so ist's nun besser daß du uns von der Stadt aus helfen kannst Der König sprach zu ihnen Was euch gefällt das will ich tun und der König trat ans Tor und das ganze Kriegsvolk zog aus zu hundert und zu tausend und der König gebot Joab und Abisai und Itai und sprach verfahrt mir schonend mit meinem Sohn Absalom und das ganze Kriegsvolk hörte es als der König allen Hauptleuten Absaloms wegen diesen Befehl gab und als das Heer hinauskam aufs Feld Israel entgegen kam es zum Kampf im Walde Ephraim und das Heer Israels wurde dort geschlagen von den Männern Davids so daß an diesem Tag eine große Schlacht geschah zwanzig tausend Mann und der Kampf breitete sich dort aus über die ganze Gegend und der Wald fraß an diesem Tage viel mehr Volk als das Schwert fraß und Absalom begegnete den Männern Davids und ritt auf einem Maultier und als das Maultier unter eine große Eiche mit dichten Zweigen kam blieb sein Haupt an der Eiche hängen und er schwebte zwischen Himmel und Erde denn sein Maultier lief unter ihm weg als das ein Mann sah tat er es Joab kund und sprach siehe ich sah Absalom an einer Eiche hängen und Joab sprach zu dem Mann der es ihm kund getan hatte wenn du das gesehen hast warum schlugst du ihm nicht gleich zu Boden so hätte ich dir zehn Silberstücke und einen Gürtel gegeben der Mann sprach zu Joab wenn du mir tausend Silberstücke in meine Hand gewogen hättest so hätte ich dennoch meine Hand nicht an des Königs umgelegt denn der König gebot dir und Abisai und Itai vor unseren Ohren gebt ja acht auf meinen Sohn Absalom oder wenn ich etwas Falsches getan hätte unter Lebensgefahr würdest du selbst dich gegen mich stellen weil dem König ja nichts verborgen bleibt Joab sprach ich kann nicht so lange bei dir verweilen da nahm Joab drei Stäbe in seine Hand und stieß die Absalom ins Herz als er noch lebend an der Eiche hing und zehn und zehn Knappen Joabs Waffenträger umringten ihn und schlugen ihn tot da ließ Joab die Posaune blasen und das Volk jagte Israel nicht weiter nach denn Joab gebot dem Volk Halt und sie nahmen Absalom und warfen ihn im Wald in eine große Grube und legten einen sehr großen Haufen Steine auf ihn und ganz Israel floh ein jeder in sein Zelt Absalom aber hatte sich eine Säule aufgerichtet als er noch lebte die steht im Königsgrund denn er sprach ich habe keinen Sohn der meinen Namen lebendig erhält und er nannte die Säule nach seinem Namen und sie heißt auch bis auf diesen Tag Absaloms Mal Ahimaz der Sohn Tadoks sprach lass mich doch laufen und dem König die gute Botschaft bringen daß der Herr ihm Recht verschafft hat gegen seine Feinde Joab aber sprach zu ihm du bist heute nicht der Mann für eine gute Botschaft an einem anderen Tag darfst du eine Botschaft bringen aber heute nicht denn des Königs Sohn ist tot und Joab befahl dem Mohren geh hin und sage dem König an was du gesehen hast und der Moor neigte sich vor Joab und lief hin Ahimaz aber der Sohn Tadoks sprach abermals zu Joab komme was da will ich möchte auch laufen dem Mohren nach Joab sprach was willst du laufen mein Sohn du hast keine gute gute Botschaft zu bringen Ahimaz sprach komme was da will ich laufe er sprach zu ihm so lauf da lief Ahimaz auf dem Weg durchs Jordantal und kam dem Mohren zuvor David aber saß zwischen den beiden Toren und der Wächter ging aufs Dach des Tores an der Mauer und hob seine Augen auf und sah einen Mann laufen allein und rief und sagte es dem König an der König aber sprach ist er allein so ist eine gute Botschaft in seinem Munde und als der Mann immer näher kam sah der Wächter einen zweiten Mann laufen und rief in das Tor siehe da kommt noch ein Mann allein der König aber sprach der ist auch ein guter Bote der Wächter sprach ich sehe den ersten laufen wie Ahimaz der Sohn Tadox läuft und der König es ist ein guter Mann und bringt eine gute Botschaft Ahimaz aber rief und sprach zum König Friede und er fiel nieder vor dem König auf sein Antlitz zur Erde und sprach gelobt sei der Herr dein Gott der die Leute dahin gegeben hat die ihre Hand gegen meinen Herrn den König erhoben haben der König aber sprach geht es auch meinem Sohn Absalom gut Ahimaz sprach ich sah ein großes Getümmel als Joab des Königsknecht und mich deinen Knecht sandte aber ich weiß nicht was es war der König sprach tritt zur Seite und stell dich dahin und er trat zur Seite und blieb stehen siehe da kam der Moor und sprach hier gute Botschaft mein Herr und König der Herr hat dir heute recht verschafft gegen alle die sich gegen dich auflehnten der König aber sprach zu den Mohren geht es meinem Sohn Absalom auch gut der Moor sprach es müsse den Feinden meines Herrn des Königs ergehen wie es dem jungen Mann ergangen ist und auch allen die sich böswillig gegen dich auflehnen 2. Samuel das neunzehnte Kapitel da erbebte der König und ging hinauf in das Obergemach des Tores und weinte und im Gehen rief er mein Sohn Absalom mein Sohn Mein Sohn Absalom wollte Gott ich wäre für dich gestorben O Absalom mein Sohn mein Sohn Und es wurde Joab angesagt siehe der König weint und trägt Leid um Absalom so wurde aus dem Sieg an diesem Tag eine Trauer unter dem ganzen Kriegsvolk denn das Volk hatte an diesem Tage gehört daß sich der König um seinen Sohn gräme Und das Kriegsvolk stahl sich weg an diesen Tage in die Stadt wie sich Kriegsvolk wegstiehlt daß sich schämen muß weil es im Kampf geflohen ist Der König aber hatte sein Angesicht verhüllt und schrie laut Ach mein Sohn Absalom Absalom mein Sohn mein Sohn Joab aber kam zum König ins Haus und sprach Du hast heute schamrot gemacht alle deine Knechte die dir heute das Leben gerettet haben und deinen Söhnen deinen Töchtern deinen Frauen und Nebenfrauen weil du lieb hast die dich hassen und hassest die dich lieb haben denn du läßt heute merken daß dir nichts gelegen ist an den obersten und Kriegsleuten ja ich merke Absalom lebte und wir heute alle tot wären das wäre dir recht so mache dich nun auf und komm heraus und rede mit deinen Knechten freundlich denn ich schwöre dir bei dem Herrn wirst du nicht herauskommen so wird kein Mann bei dir bleiben diese Nacht das wird für dich ärger sein als alles übel das über dich gekommen ist von deiner Jugend auf bis hierher da stand der König auf und setzte sich ins Tor und man sagte es allem Kriegsvolk siehe der König sitzt im Tor da kam alles Volk vor den König als Israel geflohen war ein jeder in sein Zelt stritt sich alles Volk in allen Stämmen Israels und sie sprachen der König hat uns errettet aus der Hand unserer Feinde und uns erlöst aus der Hand der Philister und aber Absalom den wir über uns gesalbt hatten ist gefallen im Kampf warum seid ihr nun so still und holt den König nicht wieder zurück es kam aber die Rede ganz Israels vor den König und der König sandte zu den Priestern Zadok und Abiathar und ließ ihnen sagen redet mit den Ältesten in Judah und spricht warum wollt ihr die Letzten sein den König zurück zu holen in sein Haus ihr seid meine Brüder von meinem Gebein und Fleisch warum wollt ihr denn die Letzten sein den König zurück zu holen und zu Amasa spricht bist du nicht von meinem Gebein und Fleisch Gott tue mir dies und das wenn du nicht Feld Hauptmann sein sollst vor mir dein Leben lang an Joabs Stadt und er wandte das Herz aller Männer Judas wie eines Mannes Herz und sie sandten hin zum König komm zurück du und alle deine Leute so kam der König zurück und als er an den Jordan kam waren die Männer Judas nach Gilgal gekommen um dem König entgegen zu ziehen und den König über den Jordan zu führen und Simei der Sohn Geras der Benjamin der in Bahurim wohnte zog eilends mit den Männern von Judah hinab dem König David entgegen und mit ihm tausend Mann von Benjamin dazu auch Siba der Knecht des Hauses Saul mit seinen fünfzehn Söhnen und zwanzig Knechten und sie gingen durch den Jordan bevor der König kam und machten eine Furt durch den Jordan damit sie das Haus des Königs hinüber führten und täten was fiel vor dem König nieder als dieser über den Jordan gehen wollte und sprach zum König mein Herr rechne es mir nicht als Schuld an und denke nicht mehr daran daß dein Knecht sich an dir vergangen hat an dem Tage da mein Herr der König aus Jerusalem ging und der König nehme es nicht zu Herzen denn dein Knecht erkennt daß ich gesündigt habe und siehe ich bin heute als erster vom ganzen Hause Josef gekommen daß ich meinem Herrn dem König entgegen zöge aber Abisai der Sohn der Zeruja hob an und sprach sollte Simei nicht sterben da er doch dem Gesalbten des Herrn geflucht hat David aber sprach was hab ich mit euch zu schaffen ihr Söhne der Zeruja daß ihr mir heute zum Satan werden wollt Sollte heute jemand sterben in Israel meinst du ich wisse nicht daß ich heute wieder König über Israel geworden bin und der König sprach zu Simei du sollst nicht sterben und der König schwor es ihm Mephiboshet der Enkel Sauls kam auch herab dem König entgegen und er hatte seine Füße und seinen Bart nicht gereinigt und seine Kleider nicht gewaschen von dem Tage an da der König weggegangen war bis zu dem Tag da er wohlbehalten zurück käme als er nun von Jerusalem kam dem König zu begegnen sprach der König zu ihm warum bist du nicht mit mir gezogen Mephiboshet und er sprach mein Herr und König mein Knecht hat mich betrogen dein Knecht dachte ich will einen Esel satteln und darauf reiten und zum König ziehen denn dein Knecht ist lahm dazu hat er deinen Knecht verleumdet vor meinem Herrn dem König aber mein Herr der König ist wie der Engel Gottes tu was dir wohl gefällt meines Vaters ganzes Haus hätte ja den Tod erleiden müssen von meinem Herrn dem König du aber hast deinen Knecht gesetzt unter die die an deinem Tisch essen was habe ich weiter für Recht oder Anspruch zum König um Hilfe zu schreien der König sprach zu ihm was redest du noch weiter nun und Ziba teilt den Besitz miteinander Mephibosheth sprach zum König er nehme ihn auch ganz nachdem mein Herr und König wohlbehalten heimgekommen ist und Barsilai der Gileaditer kam herab von Roglim und zog mit dem König an den Jordan um ihn über den Jordan zu geleiten und Barsilai war sehr alt wohl achtzig Jahre er hatte den König versorgt als er in Mahanaim war denn er war ein Mann von großem Vermögen und der König sprach zu Barsilai du sollst mit mir ziehen ich will dich versorgen bei mir in Jerusalem aber Barsil aber was ist noch daß ich zu leben habe daß ich mit dem König hinauf ziehen sollte nach Jerusalem ich bin heute achtzig Jahre alt wie kann ich noch unterscheiden was gut und schlecht ist oder schmecken was ich esse und trinke oder hören was die Sänger und Sängerinnen singen warum sollte dein Knecht meinen Herrn den König noch beschweren dein Knecht wird ein kleines Stück mit dem König über den Jordan gehen warum will mir der König so reichlich vergelten laß deinen Knecht umkehren daß ich sterbe in meiner Stadt bei meines Vaters und meiner Mutter Grab siehe da ist dein Knecht Kimham den laß mit meinem Herrn den König ziehen und tu ihm was gefällt der König sprach Kimham soll mit mir ziehen und ich will ihm tun was dir wohl gefällt auch alles was du von mir begehrst will ich dir tun und als das ganze Volk über den Jordan gegangen war und der König auch küsste der König den Barsilei und segnete ihn und er kehrte zurück in seine Heimat und der König zog weiter nach Gilgal und Kimham zog mit ihm und das ganze Volk von Judah hatte den König hinüber geführt und auch die Hälfte des Volkes von Israel und siehe da kamen alle Männer von Israel zum König und sprachen zu ihm warum haben dich unsere Brüder die Männer von Judah gestohlen und haben den König und sein Haus über den Jordan gebracht und alle Männer Davids mit ihm da antworteten alle Der König steht uns doch näher Warum zürnt ihr darüber Meint ihr daß wir etwa ein Stück vom König aufgegessen oder ihn für uns weggeschleppt hätten Aber es antworteten die von Israel denen von Judah Wir haben zehnfachen Anteil am König und sind auch die Erstgeborenen vor euch Warum habt ihr uns denn so gering geachtet Und haben wir nicht zuerst davon geredet uns unseren Aber die von Judah redeten noch heftiger als die von Israel 2. Samuel Das 20. Kapitel Es traf sich aber daß dort ein ruchloser Mann war der hieß Sheba ein Sohn Bichris ein Benjaminiter Der blies die Posaune und sprach Wir haben kein Teil an David noch Erbe am Sohn Isais Ein jeder gehe in sein Zelt Israel Da fiel jedermann in Israel von David ab und sie folgten Sheba dem Sohn Bichris Aber die Männer von Judah hingen ihrem König an und geleiteten ihn vom Jordan bis Jerusalem Als aber der König David heimkam nach Jerusalem nahm er die zehn Neben Frauen die er zurück gelassen hatte um das Haus zu bewahren und tat sie in ein besonderes Haus und versorgte sie aber er ging nicht ein zu ihnen und so waren sie eingeschlossen bis an ihren Tod und lebten wie Witwen und der König sprach zu Amasa ruf mir alle Männer von Judah auf den dritten Tag zusammen und du sollst dann auch hier stehen und Amasa ging hin um Judah zusammen zu rufen aber er blieb über die Zeit hinaus die ihm bestimmt war da sprach David zu Abisai nun wird uns Sheba der Sohn Bichris mehr Schaden tun als Absalom nimm du die Männer deines Herrn und jage ihm nach damit er nicht etwa für sich feste Städte gewinne und entreiße sie vor unseren Augen da zogen die Männer Joabs aus und folgten Abisai dazu die Kreter und Pläter und alle Helden sie zogen aber aus von Jerusalem um Sheba dem Sohn Bichris nach zu jagen als sie aber bei dem großen Stein bei Gibeon waren war Amasa vor ihnen angekommen Joab aber trug einen Waffenrock und darüber einen Gürtel mit einem Dolch er war befestigt an seiner Hüfte in der Scheide und wenn diese heraustrat entfiel ihr der Dolch und Joab sprach zu Amasa Friede mit dir mein Bruder und Joab faßte mit seiner rechten Hand Amasa bei dem Bart um ihn zu küssen und Amasa hatte nicht Acht auf den Dolch in der linken Hand Joabs der stach ihn damit in den Bauch so daß seine Eingeweide auf die Erde fielen und gab ihm keinen Stich mehr und er starb Joab aber und sein Bruder Abisai jagten Sheba dem Sohn Bichris nach und es trat ein Mann von den Leuten Joabs neben ihn und rief wer es mit Joab hält und für David ist der folge Joab nach Amasa aber lag in seinem Blut mitten auf der Straße als aber der Mann sah daß alles Volk da stehen blieb wälzte er Amasa von der Straße auf den Acker und warf Kleider auf ihn weil er sah daß jeder stehen blieb der an ihm vorbeikam als er nun von der Straße weggeschafft war folgte jedermann Joab nach um Sheba dem Sohn Bichris nachzujagen und der zog durch alle Stämme Israels bis Abel Bet Macha und es versammelten sich alle Bichriter und folgten ihm nach Aber die Leute Joabs kamen und belagerten ihn in Abel Bet Macha und schütteten einen Wall gegen die Stadt auf daß er bis an die Vormauer reichte und stürmten und wollten die Mauer niederwerfen Da rief eine kluge Frau aus der Stadt hört her hört her sprecht zu Joab komm hierher ich will mit dir reden und als er zu ihr kam sprach die Frau du Joab er sprach ja sie sprach zu ihm höre die rede deiner magt er sprach ich höre sie sprach vor Zeiten sagte man man frage doch nach in Abel und in Dan so geht es gut aus ich bin eine von den friedsamen und treuen Städten in Israel und du willst eine Stadt und Mutter in Israel zugrunde richten warum willst du das Erbteil des Herrn verderben Joab antwortete das sei ferne das sei ferne von mir das ich verderben und vernichten will so steht es nicht sondern ein Mann vom Gebirge Ephraim mit Namen Scheba der Sohn Bichris hat sich empört gegen den König David Gebt 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 allein heraus so will ich von der Stadt abziehen Die Frau sprach zu Joab Siehe sein Kopf soll zu dir über die Mauer geworfen werden Und die Frau beredete das ganze Volk mit ihrer Klugheit Und sie hieben Scheba dem Sohn Bichris den Kopf ab und warfen ihn zu Joab hinaus Da blies er die Posaune und sie zogen ab von der Stadt und zerstreuten sich ein jeder in sein Zelt Joab aber kam zurück nach Jerusalem zum König Joab aber war über das ganze Heer Israels gesetzt Benaiah der Sohn Jojadas über die Kreter und Pläter Adoram war Arbeiter gesetzt Josaphat der Sohn Ahiluz war Kanzler Scheja war Schreiber Zadok und Abiathar waren Priester Auch Ira der Jairiter war Davids Priester 2. Samuel das 21. Kapitel Es war eine Hungersnot zu Davids Zeiten drei Jahre nacheinander und David suchte das Angesicht des Herrn und der Herr sprach Auf Saul und auf seinem Hause liegt eine Blutschuld weil er die Gibeoniter getötet hat Da ließ der König die Gibeoniter rufen und sprach mit ihnen Die Gibeoniter aber gehörten nicht zu den Israeliten sondern waren übrig geblieben von den Amoritern und die Kinder Israel hatten einen Bund mit ihnen geschlossen Jedoch suchte Saul sie auszurotten in seinem Eifer für Israel und Judah Da sprach David zu den Gibeonitern Was soll ich für euch tun und womit soll ich Sühne schaffen daß ihr das Erbteil des Herrn segnet Die Gibeoniter sprachen zu ihm Es ist uns nicht um Gold noch Silber zu tun bei Saul und seinem Hause Auch steht es uns nicht zu jemanden zu töten in Israel Er sprach Was wollt ihr denn daß ich für euch tun soll Sie sprachen zum König Von dem Mann der uns zunichte gemacht hat und der uns vertilgen wollte daß uns nichts bleibe in allen Landen Israels Aus seinem Haus gebt uns sieben Männer damit wir sie aufhängen vor dem Herrn in Gibeon auf dem Berge des Herrn Der König sprach Ich will sie euch herausgeben Aber der König verschonte Mephibosheth den Sohn Jonathans des Sohnes Sauls um des Eides Willen den David und Jonathan der Sohn Sauls einander vor dem Herrn geschworen hatten Aber die beiden Söhne der Rizpa der Töchter Ayaz die sie Saul geboren hatte Armoni und Mephibosheth dazu die fünf Söhne der Merab der Tochter Sauls die sie dem Adriel geboren hatte dem Sohn Barzileis aus Mehola nahm der König und gab sie in die Hand der Gibeoniter Die hängten sie auf dem Berge vor dem Herrn auf So kamen diese sieben auf einmal um und starben in den ersten Tagen der Ernte wenn die Gersten Ernte anfängt Da nahm Rizpa die Tochter Ayas einen Sack gewand und breitete es für sich aus auf dem Fels am Anfang der Ernte bis Regen vom Himmel auf die Toten troff und ließ am Tage die Vögel des Himmels nicht an sie kommen noch des Nachts die Tiere des Feldes und es wurde David angesagt was Rizpa die Tochter Ayas Sauls Nebenfrau getan hatte und Sauls und die Gebeine seines Sohnes Jonathan von den Bürgern von Jabesh in Gilead Die hatten sie vom Platz am Tor Beth Sheans heimlich weggenommen wohin die Philister sie gehängt hatten zu der Zeit da die Philister Saul schlugen auf dem Berge Gilboa Und David brachte sie von dort herauf und sie sammelten die Gebeine der Gehängten und begruben sie mit den Gebeinen Sauls und seines Sohnes Jonathan im Lande Benjamin in Zela im Grabe seines Vaters Kies und taten alles wie der König geboten hatte Danach wurde Gott dem Lande wieder gnädig Es erhob sich aber wieder ein Krieg der Philister mit Israel und David zog hinab und seine Männer mit ihm und sie blieben in Gob um mit den Philistern zu kämpfen und David wurde müde aber da war einer der Riesensöhne und das Gewicht seines Speers war dreihundert Lot Kupfer dazu hatte eine neue Rüstung der wollte David erschlagen aber Abisai der Sohn der Zeruja half David und schlug den Philister tot da beschworen David seine Männer und sprachen du sollst nicht mehr mit uns ausziehen in den Kampf damit nicht die Leuchte in Israel verlischt danach erhob sich noch ein Krieg bei Gob mit den Philistern da erschlug Sibechai der Huschastiter den Saf der auch einer vom Geschlecht der Riesen war und es erhob sich noch ein Krieg bei Gob mit den Philistern da erschlug Elhanan der Sohn Jairs aus Bethlehem den Goliath den Gathiter der hatte einen Spieß dessen Schaft war wie ein Weberbaum und es erhob sich noch ein Krieg bei Gath da war ein langer Mann der hatte sechs Finger an seinen Händen und sechs Zehen an seinen Füßen das sind vierundzwanzig an der Zahl und auch er war vom Geschlecht der Riesen und 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 er Israel Hohn sprach erschlug ihn Jonathan der Sohn Schimas der ein Bruder Davids war diese vier stammten vom Geschlecht der Riesen in Gath und fielen durch die Hand Davids und seiner Kriegsleute 2. Samuel das 22. Kapitel Und David redete vor dem Herrn die Worte dieses Liedes zur Zeit als ihn der Herr errettet hatte aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls und sprach Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter Gott ist mein Hort auf den ich traue mein Schild und Berg meines Heils mein Schutz und meine Zuflucht mein Heiland der du mir hilfst vor Gewalt ich rufe an den Herrn den Hochgelobten so werde ich vor meinen Feinden errettet es hatten mich umfangen die Wogen des Todes und die Fluten des Unheils erschreckten mich des Totenreichs Bande umfingen mich und des Todes Stricke überwältigten mich als mir Angst war rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott da erhörte meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren die Erde bebte und wankte die Grundfesten des Himmels bewegten sich und bebten da er zornig war Rauch stieg auf von seiner Nase und verzehrend Feuer aus seinem Munde Flammen sprühten von ihm aus er neigte den Himmel und fuhr herab und dunkel war unter seinen Füßen und er fuhr auf den Cherub und flog daher und er schwebte auf den Fittichen des Windes er machte Finsternis ringsum zu seinem Zelt und schwarze dicke Wolken aus dem Glanz vor ihm brach hervor flammendes Feuer der 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 Herr donnerte vom Himmel und der höchste ließ seine Stimme erschallen er schoss seine Pfeile und streute sie aus er sandte Blitze und jagte sie dahin da sah man das Bett des Meeres und des Erdbodens Grund ward aufgedeckt bei dem Schelten des Herrn vor dem Odem und Schnauben seines Zorns Er streckte seine Hand aus von der Höhe und faßte mich und zog mich aus großen Wassern er errettete mich von meinen starken Feinden von meinen Hassern die mir zu mächtig waren sie überwältigten mich zur Zeit meines Unglücks aber der Herr ward mein Halt er führte mich hinaus ins Weite er riß mich heraus denn er hatte Lust zu mir der Herr tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit er vergilt mir nach der Reinheit meiner Hände denn ich halte die Wege des Herrn und bin nicht gottlos wider meinen Gott denn alle seine Rechte habe ich vor Augen und seine Gebote werfe ich nicht von mir sondern ich bin ohne Tadel vor ihm und hüte mich vor Schuld darum vergilt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit nach der Reinheit meiner Hände gegen die Treuen bist du treu gegen die Reinen bist du rein und gegen die Verkehrten bist du verkehrt denn du hilfst dem elenden Volk und die Augen aller Stolzen erniedrigst du ja du Herr bist meine Leuchte der Herr macht meine Finsternis Licht denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen Gottes Wege sind vollkommen des Herrn Worte sind durchläutert er ist ein Schild allen die ihm vertrauen denn wer ist Gott wenn nicht der Herr und wer ist ein Fels wenn nicht unser Gott Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir den rechten Weg er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen er lehrt meine Hände streiten und meinen Arm den ehrenen Bogen spannen du gibst mir den Schild deines Heils und deine Huld macht mich groß du gibst meinen Schritten weiten Raum daß meine Knöchel nicht wanken meinen Feinden jag sie nach und vertilgte sie und ich kehre nicht um bis ich sie umgebracht habe ich brachte sie um und habe sie zerschmettert daß sie nicht mehr aufstehen können sie sind unter meine Füße gefallen du hast werfen die sich gegen mich erheben du hast meine Feinde zur Flucht gewand daß ich vernichte die mich hassen sie sehen sich um aber da ist kein Helfer nach dem Herrn aber er antwortet ihnen nicht ich will sie zerstoßen zu Staub der Erde wie Dreck auf der Gasse will ich sie zerstäuben und zertreten du hast mir aus dem Aufruhr meines Volkes geholfen und machst mich zum Haupt über Heiden ein Volk das ich nicht kannte dient mir die Söhne der Fremde huldigen mir und gehorchen mir mit gehorsamen Ohren die Söhne der Fremde verschmachten und kommen mit Zittern aus ihren Burgen der Herr lebt und gelobt sei mein Fels und Gott der Fels meines Heils sei hoch erhoben der Gott der mir Vergeltung schafft er hilft mir aus von meinen Feinden du erhöhst mich über die die sich gegen mich erheben vor dem Mann der Gewalttat rettest du mich darum will ich dir danken Herr unter den Heiden und deinem Namen Lob singen der seinem Könige großes Heil gibt und Gnade erweist seinem Gesalbten David und seinem Hause ewiglich 2. Samuel das 23. Kapitel Dies sind die letzten Worte Davids Es spricht David der Sohn Isais Es spricht der Mann der hoch erhoben ist der Gesalbte des Gottes Jakobs der Liebling der Lieder Israels Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort ist auf meiner Zunge Es hat der Gott Israels zu mir gesprochen der Fels Israels hat geredet Wer gerecht herrscht unter den Menschen wer herrscht in der Furcht Gottes der ist wie das Licht des Morgens wenn die Sonne aufgeht am Morgen ohne Wolken und und wie das Gras nach dem Regen aus der Erde bricht so ist mein Haus fest bei Gott denn er hat mir einen ewigen Bund gesetzt in allem wohl geordnet und gesichert all mein Heil und all mein Begehren wird er gedeihen lassen aber die nichtswürdigen Leute sind allesamt wie verwehte Disteln die man nicht mit der Hand fassen kann sondern wer sie angreifen will muss Eisen und Spieß in der Hand haben sie werden mit Feuer verbrannt an ihrer Stätte dies sind die Namen der Helden Davids Jishbal der Hachmoniter der erste unter den dreien der schwang seinen Spieß über achthundert die auf einmal erschlagen waren nach ihm war unter den drei Helden Eleazar der Sohn Dodos der Aho Ach Jiter er war mit David in Pas Damin als die Philister dort versammelt waren zum Kampf und die Männer Israels sich zurückzogen er aber hielt stand und schlug die Philister bis seine Hand müde war und am Schwert erstarrte und der Herr gab großes Heil an jenem Tage so daß das Volk sich wieder umwandte hinter ihm her um zu plündern nach ihm war Schammer der Sohn Ages aus Harar als die Philister sich sammelten in Lehi es war dort ein Stück Acker mit Linsen und das Volk vor den Philistern floh da trat er mitten auf das Stück und entriss es den Philistern und schlug sie und Gott gab großes Heil und drei von den dreißig Helden kamen zu Beginn der Ernte hinab zu David zu der Höhle Adulam und das Lager der Philister lag in der Ebene Rephaim David aber war damals in der Bergfeste und die Wache der Philister lag in Bethlehem und David gelüstete es und er sprach wer will mir Wasser zu trinken holen aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem Dadurch brachen die drei Helden das Lager der Philister und schöpften Wasser aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem und trugen und brachten zu David aber er wollte es nicht trinken sondern goss es aus für den Herrn und sprach das lasse der Herr fern von mir sein daß ich das tue ist nicht das Blut der Männer die ihr Leben gewagt haben und hingegangen sind und er wollte es nicht trinken das taten die drei Helden Abisai Joabs Bruder der Sohn der Zeruja war der erste der dreißig er schwang seinen Spieß über dreihundert erschlagenen und war berühmt unter den dreißig er war hoch geehrt unter den dreißig und war ihr oberster aber er kam nicht an jene drei heran und Benaya der Sohn Jojadas ein streitbarer Mann von großen Taten war aus Kapzeel der erschlug die beiden Gotteslöwen der Moabite Er stieg hinab und erschlug einen Löwen in einem Brunnen als Schnee gefallen war Er erschlug auch einen ägyptischen Mann einen Riesen der hatte einen Spieß in seiner Hand Er Er ging zu ihm hinab mit einem Stecken und riß dem Ägypter den Spieß aus der Hand und durchbohrte ihn mit dessen eigenem Spieß Das tat Benaya der Sohn Jojadas Er war berühmt unter den dreißig Helden und war hoch geehrt unter den dreißig aber er kam nicht an jene drei heran und David setzte ihn über seine Leibwache Asahel der Bruder Joabs war unter den dreißig auch Elhanan der Sohn Dodos aus Bethlehem Shama der Haroditer Elika der Haroditer Heletz der Peletiter Ira der Sohn des Ikesh aus Tekoa Abiezer der Anatotiter Sibechai der Hushatiter Salmon der Ahoachiter Marai der Netofatiter Helet der Sohn Banas der Netofatiter Itai der Sohn Ribais aus Gibeah in Benjamin Benaya der Piratoniter Hiday aus Nahale Gash Abialbon der Arbatiter Asmahvet der Bahurimiter Eljahba der Schalboniter Jaschen der Guniter und Jonathan der Sohn des Schammer der Harariter Ahiam der Sohn Scharas der Harariter Elifelit der Sohn Ahasbais der Machatiter Eliam der Sohn Ahitophels der Giloniter Hetzro der Karmeliter Parai der Arabiter Jigal der Sohn Natans aus Zoba Bani der Gaditer Zelek der Ammoniter Nachrai der Berotiter ein Waffenträger Joabs des Sohnes der Teruja Ira der Yathiriter Gareb der Yathiriter Uriah der Hethiter Das sind zusammen sieben und dreißig Zweiter Samuel Das vierundzwanzigste Kapitel Und der Zorn des Herrn entbrannte abermals gegen Israel Und er reizte David gegen das Volk und sprach Geh hin zähle Israel und Judah Und der König sprach zu Joab und zu den Hauptleuten die bei ihm waren Geht umher in allen Stämmen Israels von Dan bis Berseba und zählt das Kriegsvolk damit ich weiß wie viel ihrer sind Joab sprach zu dem König Der Herr dein Gott tue zu diesem Volk wie es jetzt ist noch hundertmal so viel hinzu daß mein Herr der König seiner Augen Lust daran habe Aber warum verlangt es meinen Herrn den König solches zu tun Aber des Königs Wort stand fest gegen Joab und die Hauptleute des Heeres So zog Joab mit den Hauptleuten des Heeres aus von dem König um um das Volk Israel zu zählen und sie gingen über den Jordan und fingen an bei Aroer und bei der Stadt die mitten im Bachtal liegt nach Gad und nach Jaser zu und kamen nach Gilead und zum Land der Hethiter nach Kadesh zu und darauf nach Dan und von Dan wandten sie sich nach Sidon zu dann kamen sie zu der festen Stadt Tyrus und allen Städten der Heviter und Kanaaniter und in das Südland Judas nach Berseba so durchzogen sie das ganze Land und kamen nach neun Monaten und zwanzig Tagen nach Jerusalem zurück und Joab gab dem König die Summe des Volkes an das gezählt war und es waren in Israel 800.000 streitbare Männer die das Schwert trugen und in Judah 500.000 Mann aber das Herz schlug David nachdem das Volk gezählt war und David sprach zum Herrn ich habe schwer gesündigt daß ich das getan habe und nun Herr nimm weg die Schuld deines Knechts denn ich habe sehr töricht getan und als David am Morgen aufstand kam des Herrn Wort zu Gad dem Propheten Davids Seher geh hin und rede mit David so spricht der Herr dreierlei lege ich dir vor erwähle dir eins davon daß ich es dir tue Gad kam zu David und sagte es ihm an und sprach zu ihm »Denn seine Barmherzigkeit ist groß. Ich will nicht in der Menschenhand fallen.« Da ließ der Herr die Pest über Israel kommen, vom Morgen an bis zur bestimmten Zeit, so daß von dem Volk starben von Dan bis Beersibah siebzigtausend Mann. Als aber der Engel seine Hand ausstreckte über Jerusalem, um es zu verderben, reute den Herrn das Übel, und er sprach zum Engel, der das Verderben anrichtete im Volk, »Es ist genug. Lass nun deine Hand ab.« Der Engel des Herrn aber war bei der Tenne Aravnas des Jebusites. Als aber David den Engel sah, der das Volk schlug, sprach er zum Herrn, »Siehe, ich habe gesündigt. Ich habe die Missetat getan. Was haben diese Schafe getan? Lass deine Hand gegen mich und meines Vaters Hause sein.« Und Gad kam zu David an jenem Tage und sprach zu ihm, »Geh hinauf und errichte dem Herrn einen Altar auf der Tenne Aravnas des Jebusites.« Da ging David hinauf, wie Gad nach des Herrn Gebot gesagt hatte. Und als Aravna aufschaute, sah er den König mit seinen Großen zu ihm herüberkommen und fiel nieder vor dem König auf sein Angesicht zur Erde und sprach, »Warum kommt mein Herr, der König, zu seinem Knecht?« David sprach, »Um von dir die Tenne zu kaufen und dem Herrn einen Altar zu bauen, damit die Plage vom Volk weiche.« Aber Aravna sprach zu David, »Mein Herr, der König, nehme und opfere, wie es ihm gefällt. Siehe, da sind die Rinder zum Brandopfer und auch die Dreschschlitten und das Geschirr der Rinder als Brennholz. Das alles gibt Aravna dem König.« Und Aravna sprach zum König, »Der Herr, dein Gott, sei dir gnädig.« Aber der König sprach zu Aravna, »Nicht doch, sondern ich will dir's abkaufen für seinen Preis, denn ich will dem Herrn, meinem Gott, nicht Brandopfer darbringen, die ich umsonst habe.« So kaufte David die Tenne und die Rinder für fünfzig Lot silber. Und David baute dort dem Herrn einen Altar und opferte Brandopfer und Dankopfer. Und der Herr wurde dem Land wieder gnädig. Und die Plage wich von dem Volk Israel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017